Der Star Trek Podcast mit Simon und Sebastian. Jede Woche eine neue Episode von 1966 bis ins 24. Jahrhundert. Ihr hört Trek am Dienstag. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zur 340. Ausgabe von Trek am Dienstag. Das ist ja eine runde Sache heute wieder, 340 Ausgaben, die muss man erstmal hinter sich bringen. Und dazu habe ich mir ja, da nickt er wissend, weise und weiß schon gar nicht, wie man das machen soll. Ich begrüße hier meinen Hasi, Simon. Schönen guten Abend, Simon. Schönen guten Abend. Ich habe mich an meinen Schreibtisch gezogen. Ja, sehr gut. Hallo Sebastian. 340 Mal machen wir das schon. Fühlt sich an manchen Tagen wie 640 Mal an. Ja, tatsächlich. Heute ist einer dieser Tage. Das liegt aber nicht an euch, ihr Lieben. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr uns die Treue haltet und uns wieder lauscht hier, wie wir weitermachen. Wie das Hamsterrad sich weiterdreht. Das Trek am Dienstag, Hamsterrad. Und ihr dreht euch mit. Ja, hallo Sebastian. Ja. Schön, dich zu sehen. Ja, gleichfalls. Simon, wie ist die Lage in Nürnberg an diesem Montage? Es ist Montag, Captain. It's Monday, Captain. Ich bin so ein bisschen kaputt. Ich habe schlecht geschlafen tatsächlich wegen so einer, wegen eines körperlichen Gebrechens. Möchte da jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Und habe einen langen Tag hinter mir und bin ganz schön fettig. Aber das wird es sich sicherlich gleich geben, wenn wir hier ein bisschen den Groove aufgenommen haben und hier reinkommen. Ein Grund, warum ich trotzdem sehr, sehr gut drauf bin, ist, das können wir jetzt sagen, weil wir das jetzt gerade aufnehmen zu der Zeit, ist die wirklich grandiose Reaktion. Antwort auf unsere Besprechung von Star Trek Generations. Dafür nochmal ein herzliches Dankeschön. Wir hatten ja so ein kleines Gewinnspiel. Sebastian und ich haben uns gerade darüber unterhalten. Unfassbar viele Teilnehmende. Also das ist richtig, richtig krass. Wir hatten schon mal so Aufrufe, Call to Actions, wie die Profis sagen, wo wir dachten, naja, das könnte ja mal, könnte ein bisschen mehr werden und so. Und da wurde es auch meistens immer mehr, aber es hat ein bisschen gedauert. Und jetzt ballern täglich da die Mails rein. Viele, viele Mails und auch viele schöne Kommentare in unserem Blog auf trekamdienstag.de. Und da bin ich ganz, wird mir ganz warm ums Herz. Also richtig toll, wie ihr da uns gezeigt habt, dass ihr da seid. Das finde ich auch ganz sensationell. Also wirklich, wenn das jetzt hier so aufgenommen wird, was wir gerade sprechen, geht das Gewinnspiel tatsächlich noch ein paar Stunden, in ein paar Stunden, in fünf Stunden und noch etwas. Endet das dann und dann kann ich wieder meine Zugmagie machen und dann, ja, vielleicht beim nächsten Mal, sollte ich mir mal notieren, dann kommt das aber zwar am 31. erst, die Auflösung, die die dann gewonnen haben, wissen das dann schon längst, aber dann wisst ihr wenigstens, dass die Warterei vorbei ist. Das hat beim letzten Mal irgendwer gesagt. Ich habe gar nicht gesagt bekommen, dass ich nicht gewonnen habe. Ja, stimmt. Das lösen wir dann mal auf. Das können wir dann machen, ja. Und sonst so bei dir? Ja, ach, montagsmäßig. Man stolpert so in die Woche rein und guckt mal, wie das so ist. Ich habe heute Morgen um neun Uhr schon den ersten Podcast aufgenommen. Ohne dich, Simon, hast du gar nicht mitbekommen. Hast du nichts von gemerkt? Nichts, gar nichts. War gut? Ja, war gut, war gut, war gut. Wird jetzt gerade auch so geschnitten und geht alles so auf so eine gewisse Ziellinie gerade mal zu. Und in anderthalb Wochen habe ich dann nämlich mal, ja, muss alles mal so in Sack und Tüten sein für Ende Oktober. Sieht gut aus. Ich freue mich drauf. Sehr schön, sehr schön, ja. Die Folge vom 2. Januar 1995. Das Jahr hat frisch begonnen, quasi. Ja, man hat noch so ein bisschen Silvesterkater. Und es ist die Folge Past Tens Part One. In Deutschland war es nicht ganz Jahreswechsel, aber fast. Ja, 27. Februar 1996. Gefangen in der Vergangenheit. Teil 1. Und ja, das finde ich, es ist wieder so ein dramatischer Next Generation Zweiteiler-Titel schon fast. Aber Past Tens, Simon. Past Tens, finde ich, ist auch nicht so der große Wurf. Past Tens als Titel. Die Englisch-Lernenden unter euch wissen das, ja, ist ja die Vergangenheitsform im Englischen. Kann man machen, oder? Ja, vielleicht ist auch da so ein Wortspiel mit gemeint, dass die Vergangenheit angespannt ist. Angespannt, ne? Past Tens. Aber, tja, der erste Entwurf dieser Geschichte, Simon, der hieß Cold and Distant Stars. Den schrieb nämlich der Robert Hewitt Wolfe für diese Geschichte. Und Cold and Distant Stars, finde ich, sehr treffend eigentlich. Weil für die Leute, die wir heute besuchen im 21. Jahrhundert, da ist die Zukunft der Föderation, die halbwegs Utopie, die jetzt von Deep Space Nine so ein bisschen zersetzt wird, die ist entfernt und sie ist kalt. Ich hätte das nur für einen hervorragenden Titel gehalten, dieses erste Ding. Stimmt, ja. Finde ich auch tatsächlich besser. Vielleicht wollte man eine Zeitreisegeschichte irgendwie andeuten über den Titel. Später bei einer Folge wie zum Beispiel Far Beyond the Stars, die ja dann noch irgendwann kommen wird, hat man darauf verzichtet. Ich finde, er hätte den Titel auch schöner gefunden, ne? Cold and Distant Stars, vor allem Distant, weil das ja schon so lange vergangen ist, ne? Zumindest aus Sicht unserer ach so utopischen Star Trek-Realität. Du hast es schon schön gesagt, die nimmt Risse. Wir haben ja kürzlich da sehr lange drüber gesprochen, über das Thema, wie utopisch ist Star Trek eigentlich mit unserem lieben Falk. Das müsste der letzte Trek am Freitag gewesen sein, Sebastian, wenn mich nicht alles täuscht, könnt ihr nochmal reinhören, wo wir dieses Thema wirklich mal, ja, sehr ausführlich auseinandernehmen. Jedenfalls in dieser Version der Geschichte von dem Robert Hewitt Wolf, da wird der Cisco ins 20. Jahrhundert zurückgeworfen, hat dort natürlich keinen festen Wohnsitz und wird bald obdachlos, Sebastian. Wie wäre es dann weitergegangen? Als Cisco darauf beharrt, dass er aus der Zukunft kommt und der Spencer-Rege Chef einer Raumstation ist, da wird er in eine Klinik für psychisch Kranke eingewiesen und mit Chlorpromazin ruhiggestellt. Thorazin heißt das auf Englisch. Das klingt schon ganz schön bitter, klingt ein bisschen nach, hier die Folge, Riker kriegt Ärger. Wie heißt der nochmal? Future Imperfect, nein. Nein, wo er, ähm. Ja, ich weiß, Riker scheint verrückt. Ja. Das war ein schöner Titel gewesen. Shattered Riker. Shattered, irgendwie sowas, ne? Fucking hell, ey. Das Geburtstag, äh, das Geburtstagsstück. Frame of Mind. Frame of Mind. Frame of Mind. Habe ich jetzt, weiß nicht, wie ich das ergoogelt habe, ganz schnell, ich habe geschrieben, Riker in einem Mental Hospital. Und dann kam als erstes Frame of Mind, richtig, die Folge war's. Äh, klingt tatsächlich frappierend danach, ist aber ganz anders. Aber es klingt auch nach einer zukünftigen Deep Space Nine Story, finde ich. Ja. Nämlich, dass der Cisco irgendwo ist, wo er sagt, aber ich bin doch, aber das ist doch real. Ne? Das ist doch real. Mit dem, mit dem Raumschiff, äh, mit dem Kapitän von der Raumstation. Real. Ja, genau. I created it. Ja. Ja, das ist nämlich die besagte Fabio on the Stars, ne? Kommen wir dann in drei Jahren drauf. Jedenfalls so richtig zufrieden war niemand mit Wolfs erstem Entwurf, bis Chef Ira Baer die Inspiration traf. Und da kann ich wirklich Sebastian mitfühlen, der sagt, ich war eines Tages in Santa Monica. Es war ein wunderschöner Tag, das Meer, der Himmel, die Sonne und überall Obdachlose. Außerdem waren jede Menge Touristen und Passanten unterwegs und sie gingen an diesen Obdachlosen vorbei, als wären sie Teil der Landschaft. Es war, als hätte ein Künstler direkt vor meinen Augen eine Performance geschaffen, eine bewusste Gegendarstellung von Natur und urbanem Verfall. Außer mir schien das niemanden zu kümmern. Ich dachte bei mir, da muss doch was dran sein. Wofür das hin? Wie weit wird die Menschheit damit gehen? Und daraus entwickelte ich die Idee, bei Star Trek eine Geschichte zu erzählen über Konzentrationslager für Obdachlose. Und das war für mich damals auch so ein krasser Widerspruch, als ich so die ersten Male in den Vereinigten Staaten war. Und dann läufst du so durch Los Angeles und da ist irgendwo so eine krasse Messe, auf der ich war. Und da fahren Busse und da gibt es Hamburger umsonst und es blinkt und piept überall. Alle haben beste Laune. Und dann gehst du so ein bisschen spazieren, gehst dann in eine Seitenstraße und siehst, da stehen, warum stehen da eigentlich Kartons überall und Zelte und all diese Dinge. Und dann siehst du da die ganzen Obdachlosen. Und klar, man hat das ja irgendwie auch so gehört schon. Na gut, in Amerika, wenn du da kein Geld hast, bist du ganz schön am Arsch und dann lebst du auf der Straße. Aber das in dieser Geballtheit zu sehen, eben im Vergleich zur Straße, die zehn Meter weiter, ein Block weiter ist, ja, das berührt einen schon. Also das hat mich damals auch berührt. Da habe ich mir auch sehr viele Gedanken drüber gemacht. Und dann wurden auch diese tollen Games, die ich mir da angeguckt habe, ein Stück weit unwichtiger in dem Moment. Ich muss aber dann auch zugeben, dass irgendwann war ich dann wieder voll im Messefieber, ja, und war dann voll drin, wie das halt leider so ist. Aber zumindest hat man da diesen kurzen Moment, wo man mal so innehält. Es ist auch tatsächlich in den Staaten, damals auch in den 90ern, offensichtlicher gewesen als in Deutschland. Das Obdachlosigkeit ist auch hier ein Problem, aber nicht ganz so krass wie in den Staaten, weil die Grenze des sich kümmern Könnens und sich kümmern Wollens hierzulande noch ein bisschen höher ist. Und das Auffangnetz ein bisschen breiter gespannt ist. Es ist auch nicht perfekt. Das ist alles andere als perfekt hier. Aber in den USA waren die Zustände tatsächlich noch krasser, auch in den 90ern, wo ich das dann das letzte Mal so richtig auch gesehen habe. Stimmt, ja. Eklatant. Eklatant, ja. Eine weitere Inspiration war der 1971er Aufstand, der 1971er Aufstand im New Yorker Attica-Gefängnis, bei dem die Insassen Geisel nahmen und ihre Forderung war es, menschenwürdiger behandelt zu werden. Da haben sie so einen Knastaufstand geprobt und dann gesagt, sag mal, wie ihr mit uns umgeht, das geht so nicht weiter. Und diese beiden Ideen liefern die Grundlage für die Geschichte, die wir heute besprechen. Und wenn euch die Dokumentation Attica von vor ein oder zwei Jahren in die Hände fällt, dann guckt die mal. Die ist sehr, sehr eindringlich, sehr eindringlich. Und dann wisst ihr auch endlich mal, was heißt das denn, dieses Wort, was für viele Filmkennerinnen und Kenner der Al Pacino ist es in Dog Day Afternoon so ruft, als er diese Bankhops nimmt und sich so dupiert fühlt. Da ruft er, ja, RTK, RTK. Löffel, so ein Menschenchor dirigiert er dann schon fast, ja. Und, ja, da steckt natürlich was hinter. Und es ist auch Inspiration zu der heutigen Folge. Die beginnt mit einem Bild, was total ungewöhnlich ist. Wir sehen nämlich den Mond und die die Feiern fliegt vor dem Mond her. Da denkst du doch erstmal, ja, sauber. Stimmt, ja. Der Grund, warum man da lang fliegt, der ist relativ banal, ja. Cisco ist nämlich auf dem Weg zu einem Symposium auf der Erde. Da wird er dann sprechen und er möchte die Gelegenheit nutzen und seine Schwester in Portland auf der Erde besuchen. Ja, auch das ist neu, die Information, dass er seine Schwester in Portland hat. Wurde, glaube ich, vorher nicht gesagt. Und wenn so ein Käpt'n zu einem Symposium geht, dann nimmt er die komplette Verteidigung von Deep Space Nine mit. Also die Defiant hat er dabei und er hat auch seine komplette Crew dabei, inklusive des Sicherheitschefs. Alle fliegen mit Cisco zum Symposium. Dachte ich wieder, krass. Ist schon krass, weil man auch, gut, dass der Odo dabei ist, das dreht sich natürlich, es geht um die Situation im Gamma-Quadranten, ja. Da soll ein Briefing gemacht werden, man berät sich, wie geht das weiter mit dem Dominion. Dass da der Odo dabei ist, ist gut. Dass da auch viele vom Senior Staff dabei sind, ist gut. Dass auch die Leute, die in den Händen des Dominion waren, so um den Anfang der Staffel, das ist auch gut. Allein, ich frage mich, Simon, weißt du, das ist auch so die Meeting-Kultur im 24. Jahrhundert, die ist kein Deut besser. Wenn dann irgendwie ein Vertriebsmeeting ist, so vor der Pandemie, so ein Vertriebsmeeting, dann fahren all die Knilche irgendwo gemeinsam hin. Total unnötig auch, weil es gibt Zoom und in dem Fall reicht Zoom auch aus. Und da muss man auch nicht immer erzählen, ja, man muss sich doch mal sehen, auch mal, man muss sich doch mal richtig sehen. Ja, man muss sich nicht für alles sehen. Für alles nicht. Nee, und nicht für solche Quatscherzählrunden, die Meetings meistens sind. Und in diesem Fall ist das jetzt so ein Symposium einfach. Und Simon, sie hätten für mein Dafürhalten einen Zoom machen können. Ja, aber dann hätte Sisko doch seine Schwester in Portland nicht besuchen können. Und wäre nicht zu einer Widerstandsfigur geworden. Oder so, ja. In der Geschichte der Erde, ne? Also von daher müssen die natürlich alle mit. Man unterhält sich auch darüber, wie so das Rahmenprogramm aussieht, ja. Dieser ganzen Geschichte, Admiral Drossman, die, die, ist es eine Sie? Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist ein bisschen her, als ich vorgeguckt habe. Eine Sie oder ein Er? Wird es gesagt? Drona Drossman wird nicht gesagt. Nein, Drona ist aber ein Spitzname, den die Admiral oder der Admiral bekommt. Also Laberkopp. Laberkopp, ja. Und Admiral Laberkopp möchte einen Empfang ausrichten für den hohen Besuch aus dem Gamma-Quadranten. Und da drücken sich aber irgendwie alle drum, ne? Also eben wahrscheinlich des Spitznamens wegen, sagen die so, nee, aber kein Bock irgendwie, ne? Also, nee, will ich nicht. Und Odo sagt dann auch, da muss kein Sicherheitschef hin von Deep Space Nine, interessiert mich alles nicht. Und während man da noch so palavert, ja, Klingels Telefon, das rote Höflichkeitstelefon, ja, bimmelt. Und es gibt einen Notruf von Deep Space Nine. Und da habe ich schon gedacht, ja, Mensch, und ihr seid so weit weg. Ja, wenn wirklich was wäre, aber es ist ja zum Glück nur der alberne Ferengi, der hier mal am Anfang anfunkt, wahrscheinlich, Simon, damit der Armin Schimmermann nicht zwei Folgen nacheinander komplett überhaupt gar nicht vorkommt. Weil er ist immerhin noch nicht Ciroc Lofton, er ist immer noch Armin Schimmermann, den versucht man ein bisschen nachhaltiger einzubauen, ja. Und der ruft einen Vorwand eigentlich an, hat sich mal wieder mit dem Grand Nagus unterhalten, das ist auch ein Name, den haben wir schon länger nicht mehr gehört, das Oberhaupt der Ferengi sozusagen. Und der Grand Nagus hat ihm gebeten, wenn der Sisko da schon mal vorspricht bei den Starfleet-Chefs, ja, dann soll er doch nicht unerwähnt lassen, dass der Grand Nagus ganz wichtig war in dieser ganzen, wir lernen das Dominion kennen, und ja, wenn man das mal so berücksichtigt, ne, dann könnte man doch mal beide Ohren zudrücken, ne, bei einer ganz bestimmten Sache. Denn der Neffe des Nagus, der verzogene Neffe, der heißt Bilongo, das ist ein sensationeller Name, ich hoffe, ihm bilongen auch viele Güter, weil das macht ja Ferengi glücklich, der Bilongo, der wird gerade auf Aldebaran 3 festgehalten, weil er natürlich irgendeinen Stuss gemacht hat, ja, irgendein, irgendein krummes Ding hat er gemacht, wahrscheinlich. Bilongo erinnert mich an Elfo, einen Charakter aus Disenchantment, der sehr witzigen Matt Grinning-Serie auf Netflix, die ich sehr viel besser finde als alles, was die Simpsons seit 15 Jahren gemacht haben. Da gibt's auch einen Charakter, der Elfo heißt, also den, den find ich ganz fantastisch. I'm drowning! I'm Elfo! Guckt euch das mal an, sehr, sehr lustig. Okay, egal, ne, das Interessante an dem Gespräch ist aber, dass der Sisko seine Erwerbsregel-Hausaufgaben gemacht hat, ne, und den Quark jetzt auch Sätze beendet. Wenn der Quark eine Erwerbsregel zitiert, dann kann der Sisko das schon, und der bringt sogar auch weitere ins Spiel. Es geht jetzt um die 100, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich zögere gerade etwas, weil ich nicht so ganz verstanden habe, worüber die beiden reden. Vielleicht kannst du mir dabei helfen, Simon. Das ist also, das hat mich bis heute, damals wie heute, hat mich das irritiert. Also es heißt, dass Leute, denen man etwas schuldet, dass man die behandeln soll wie Familie. Man soll sie ausbeuten. Und was heißt das? Wer schuldet wem was? Und wer soll da ausgebeutet werden? Der Bilongo, der ist doch niemand, der irgendwen was schuldet, der sitzt im Knast. Den muss man nicht wie Familie behandeln, weil der ist doch Familie vom Nagus. Hä? Ist Bilongo gemeint oder nicht vielleicht die Sternenflotte so als Familie? Man hat sich gegenseitig geholfen, man ist Business-Partner, man schuldet sich was. Das ist ja Familie, aber dann muss man das irgendwie ausnutzen. Also wir verstehen es doch gut, aber du kannst nochmal diesen Gefallen, vielleicht so in die Richtung. Okay. Und Cisco antwortet ja darauf mit, you can't free a fish from water. Ja, und das verstehe ich überhaupt gar nicht. Naja, vielleicht meint er damit, ich, wie gesagt, ich kann da auch nur, ich habe auch drüber nachgedacht, muss ich sagen, ja. Ich dachte, was meinen die da überhaupt? Vielleicht meint er damit, wenn der Bilongo jetzt einfach ein krasser Krimineller ist, weißt du, also ein Fisch im Wasser sozusagen. Die Katze lässt das Mausen nicht. So, ne, also kannst du ihn da nicht aus dem Wasser nehmen und wenn er halt, wenn das so kleine Geschichten sind, gut, kann man vielleicht zwei Augen zudrücken, aber wenn er jetzt richtig krasse Sachen gemacht hat, dann kann der Cisco den ja auch nicht irgendwie freisprechen. Vielleicht ist das damit gemeint. Das wird die Erklärung sein. Ich habe jedenfalls keine bessere. Vielleicht habt ihr eine. Nutzt unser Blog auf trackamdienst, sagt ihr ihr Lieben, so fleißig wir das bei Generations gemacht habt. Jetzt ist es soweit, ja, man möchte runter beamen, die Festivitäten beginnen. Und das machen der Dr. Bashir, die Dex und der Cisco, ja, O'Brien, Kira und Odo bleiben an Bord. Ja, die, weiß ich nicht, machen sich einen netten Abend gucken, filmen oder so. So, und der O'Brien, wie er das halt so macht, beamt die runter, aber während des Beams geht etwas schief. Wir haben eine sogenannte Power Fluctuation, ja, die wir öfter mal haben. Also irgendwas funktioniert nicht richtig, eine Sicherung fliegt raus und der O'Brien ist da jetzt so am Fummeln. Scheiße, keine Ahnung, ich versuche das mal zu retten. Und dann gibt es aber die schreckliche Nachricht, dass die Dex, der Bashir und der Cisco nie an ihrem Zielort angekommen sind. Also die sind nicht materialisiert. Der Beamstrahl ist raus, aber er kam nicht an. Und das ist natürlich bitter. Was hier angekommen ist, ist gar nicht erst angekommen. Das wäre die bessere Antwort gewesen, glaube ich. Und ich finde ja, also ich muss mal kurz den Transporterraum. Die Transporterkonsole macht ja schon ein böses Geräusch, als gebeamt wird. Da hörst du schon, oh, 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 so will ich mich nicht beamen lassen mit dem Geräusch. Und das andere ist, der Transporterraum ist ein winziger Alkoven, der in so einer Ecke auf einem Gang der Defiant ist. Und im Hintergrund laufen auch Leute so rum, wie manchmal auf dem Gang der Enterprise früher Leute rumgelaufen sind. Und da merkt man mal, wie eng das alles an Bord der Defiant ist. Selbst der Transporter hat kein eigenes, ihm gewidmetes Zimmer. Der Transporter ist einfach so eine Scheiß-Ecke am Gang. Ja, so eine Nische, so eine Transporter-Nische. Es ist auch cool gefilmt, weil man sieht das so quasi aus der Perspektive der Ecke. Und du siehst, dass der O'Brien quasi die gesamte Kamera ausfüllt. Schon fast mit seinem O'Brien-Körper. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also es ist einfach ein kleines Schiff, das nicht dafür gemacht ist, dort sich häuslich einzurichten. Wie wir das noch von der Enterprise kennen. Oder von Deep Space Nine. Ja, also unsere drei Nasenbären, ja, die sind, und Bärinnen, die sind aber materialisiert. Und zwar, ja, an einem Ort, den man erstmal gar nicht so wiedererkennt. Mitten in der Stadt sind die, die sind irgendwie mitten in der Wilhelmstraße, sind die materialisiert worden jetzt. Ja, das ist ein Set, oder besser gesagt, es ist mal draußen gefilmt, unter freiem Himmel. Ja, das sieht man sofort. Der Sisko und der Bischir liegen da einigermaßen benommen und werden am helllichten Tage, es ist alles total ungewohnt, was wir da so sehen für Star Trek, wird am helllichten Tage von richtig so einer Waffe, so einer Maschinenpistole, so wachgestupst. Ey, aufstehen! Aufstehen! Was seid ihr denn für welche? Ja, also die Leute, die beiden Typen, die die da wecken, die haben ja auch so Uniformen an. Ne, so graue Overalls. Wobei, es sieht jetzt nicht wirklich so aus wie Polizeiuniformen, könnten auch die örtlichen Müllmänner sein. Aber ja, Müllmänner haben in der Regel keine Maschinenpistolen dabei. Und ja, die wollen jetzt erstmal Papiere sehen. Wo sind die Papiere? Ausweis? Identifikation? Ist das alles her? Und was habt ihr eigentlich für Pyjamas an? Die mag ich. Weil natürlich Sisko und Bashir, von Dex fehlt noch jede Spur, ihre Starfleet-Uniformen an haben. Ja, das sieht jetzt so aus, als wäre da eine Convention in Town. In diesem... Genau. Ja, richtig. Und sie begegnen halt auch jemandem, der sich normalerweise nicht auf Conventions aufhält, nämlich niemand geringerem als Dick Miller. Schauspiellegende und Joe Dante-Film Mainstay Dick Miller läuft da rum und ist auch sehr dickmillerig. Er spricht in so Slang und so schnodderig, einfach hier, guck mal... New York, ne? New York, ja. Ja, ja. Ja. Sleeping Beauty is asking me questions. Ja, guck mal. Und solche Sachen. Oder I like the matching Pyjamas. Let's see some logo. Er spricht auch so, wie ein Dick Miller eben spricht. Es ist Dick Miller, ich seh, haben wir, Dick Miller haben wir schon gefeiert bei The Big Goodbye, ja, bei TNG, wo er da war, in der Welt des Dixon Hill. Großartiges Gesicht, großartiger Typ, du hast es gesagt. Joe Dante in The Burbs ist er dabei, als Müllmann, lustigerweise. In Terminator ist er dabei. Der ist viel rumgekommen, ja. Unvergessen seine herausgeschnittene Szene in Pulp Fiction. Aber... Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Aber Dick Miller habe ich hier recherchiert, spielt wohl im Pulp Fiction mit, wusste ich gar nicht. Passt auch gut rein, also den kannst du immer bringen, den Dick Miller. Der Dick Miller hat einen jüngeren Kollegen noch dabei und der ist nicht so bärbeißig, weil Dick Miller ist so ein bisschen bärbeißig. Das ist so ein bisschen der Klaus-Theo Gärtner auch in dieser Folge, ja, die sind so von einem so hutzelige, schrumpelige. Grummelige Typen einfach. Und er hat einen jüngeren dabei und der ist eher noch nicht ganz so, ja, pflichtbewusst. Der will nach Hause, der ist ein bisschen maulig und der sagt, ach nee, jetzt müssen wir die beiden hier, muss das denn sein? Ja, hier, komm, natürlich. Und wir sehen aber auch, die beiden Müllmänner hast du sie jetzt genannt. Die haben nicht nur diese Overalls an, wo man denken könnte, Müllmänner. Nee, auf den Overalls ist auch so ein fieses Symbol. Da ist es so ein martialischer Adler mit so einem A. Also das sieht aus wie so ein richtig faschistisches Symbol. Mit denen ist ja auch nicht gut Kirschen essen. Also die haben ja offensichtlich die Möglichkeit, alle beliebigen Leute erstmal einzukassieren. Also es ist jetzt nicht so, ja, wer sind sie, rufen sie mal ihren Anwalt an oder so. Nee, die werden direkt mitgenommen. Also es scheint ein rauer Wind durch San Francisco zu wehen. Denn wir sind in San Francisco mal wieder. Und das Jahr, Sebastian, ist 2024. 2024, ein Jahr vor diesen Ereignissen befinden wir uns jetzt gerade, wollte ich sagen. Als wir diese Folge aufnehmen. Nächstes Jahr ist soweit. Nächstes Jahr ist Dick Miller von den Toten auferstanden. Ich glaube, er ist, ja, er lebt nicht mehr und fristet sein Dasein als Cop in San Francisco. Ja, naja gut, wir sehen ja jetzt hier, Star Trek ist ja sowieso eine parallele Zeitlinie, weil die Eugenischen Kriege, waren sie jetzt 1996 oder kommen sie erst noch? Oder das ist ja alles so ein bisschen ganz rätselhaft. Aber wir sehen jetzt hier einfach dadurch, dass unsere Realität mit der Serienzeitreise-Realität aufholt. Ja, haben wir mal wieder sowas, ne? Wer hätte gedacht, dass, obwohl 1995 hätte man schon mal ahnen können, dass Deep Space Nine in 29 Jahren noch geguckt wird. Aber wahrscheinlich haben sie sich gedacht, ja, egal. Egal, haben sie wahrscheinlich. Aber man merkt gleich, es ist eine Event-Folge. Also wir verlassen bekannte Orte und wir sind auf der Erde. Alles ist ein bisschen größer. Wir haben einen Haufen Gaststars, der eingeblendet wird. Wir haben verschiedene Charaktere, die wir hier noch treffen werden. Und die Frage ist jetzt, wo ist Dex? Und das sehen wir. Die Kamera macht einen Trick, wie wir das sehen können. Denn Bashir und Cisco, die sind oben am Böersteig, sind die materialisiert, ne? Und direkt daneben ist eine von diesen typischen U-Bahn-Eingängen, die man so kennt, ja? Auch aus New York beispielsweise sieht das aus. So eine Treppe, die irgendwie runtergeht. Und die Dex ist eben dort unten auf dieser Treppe materialisiert. Und Bashir und Cisco haben keine Möglichkeit, nach ihr zu suchen, weil die werden halt eben jetzt abgeführt. Und damit gehen wir in den Vorspann. Nach dem Vorspann kommen wir aber auch direkt wieder bei Dex raus. Da ist so ein Passant, der an der benommenen Dex vorbeigeht. Und eigentlich schon fast über sie halb drüber steigt und weiter die Treppe nach oben geht. Aber dann denkt er sich, halt, stopp! Und dann fragt er doch nochmal, alles gut bei ihnen? Was ist denn mit dir los? Und Dex wird so langsam wach, ich weiß nicht, wurdest du ausgeraubt? Wurde dir hier alles geklaut? Und alles klar? Und Dex schaltet relativ schnell, ja? Also die merkt schon, sie ist jetzt irgendwo, ja, ich weiß nicht, ob sie jetzt schon rausfindet, dass sie in der Zeit, in einer anderen Zeit sich befindet. Aber sie merkt schon, das ist irgendwo komisch hier. Und sie spielt da auch so ein bisschen mit und sagt, ja, nee, ich habe meinen Ausweis, wurde mir geklaut. Ich kann mir nicht helfen. Und dieser Herr, der sie da, ja, weckt, das ist der Chris Brenner. Nicht Jule Brenner, sondern Chris Brenner. Aber benannt nach Jule Brenner. Die ganzen Namen, die wir hier so hören. Win, Chris Brenner, das ist benannt nach Schauspielern und nach Rollennamen. Und Chris auch aus The Magnificent Seven, Simon. Stimmt. Und der Chris Brenner, das ist so ein feiner Herr, so ein richtig feiner Herr. Und der sagt dann, kommen Sie mal mit. Sie, wir gehen jetzt zu meinem Büro, das ist hier gerade mal um die Ecke und da können Sie sich einen neuen Ausweis ausstellen lassen. Und überhaupt, was, wie heißen Sie denn? Ja, ein schöner Name. Ja, Mensch, ist ja schön, dass ich mal so eine... Holländisch. Holländisch, ist er holländisch? Ja, ja, irgendwie so. Ach, dass ich mal so eine Frau wie Sie retten darf hier, so eine Damsel in Distress, sagt er auch. Ja, und Simon, und da haben wir ja schon auch eine Gegenüberstellung, ja, zu der auch Ira Baer was zu sagen hatte. Das ist, und das finde ich, da denkt man auch sofort drüber nach, ne, was wäre, wenn Cisco und Bashir da unten gelegen hätte, wäre da auch so hilfreich gewesen. Chef Ira Baer hat das beabsichtigt, der sagte nämlich, mit dieser Episode wollten wir unter anderem auch Rassismus thematisieren. Also zwei Männer, ja, der eine ein Schwarzer, der andere Araber, liegen auf der Straße und werden von der Polizei aufgegriffen. Und ein paar Meter weiter liegt die schöne, weiße Frau und wird behandelt wie eine Königin. Und ich finde, das ist ihnen gelungen. Ja, na ja, das ist... Total. Richtig, richtig, richtig on point ist das, ja. On point. Ich meine, ein Wort vielleicht noch zu Chris Brunner. Mich erinnert er so ein bisschen, als wenn du David Bowie bei Wish bestellst. Wir bestellen in letzter Zeit viele Leute bei Wish, aber du hast völlig recht, ja. Ja, das ist kein Disc gegen den Schauspieler, aber das ist so ein David Bowie irgendwie Typ, aber eben nicht ganz David Bowie. Ja, 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 schon. Jetzt schalten wir ab und zu mal auf die Defiant zurück in die Star Trek'sche Gegenwart, denn wir sind ja jetzt hier in einer merkwürdigen, verzerrten Vergangenheit gelandet. Und der Meister, der untersucht gerade die Heisenberg-Kompensatoren. Da haben wir sie mal wieder, endlich mal wieder die Heisenberg-Kompensatoren. Und versucht da Sachen rauszufinden, was mit denen passiert sein könnte. Relativ entspannt macht er das, finde ich. Ja, also wenn man mal bedenkt, dass man nicht so genau weiß, was passiert ist. Und es ja auch durchaus sein kann, dass es sich ausgedext hat und ausgesiscoht und ausbeschiert. Naja, es beginnt jetzt ein bisschen Technobabble. Was heißt ein bisschen? Das wird hinterher noch mehr. Ich fasse das mal so zusammen, Sebastian. Es ist eine Sache mit diesen Chronicon-Partikeln und die haben schlecht reagiert mit der Cloaking-Device. Nein. Von der Defiant. Nein, falsch. Dann erklär doch mal. Die Chronicon-Partikel, die haben schlecht reagiert mit dem Transporter-Strahl, der da durchgeschickt wird. Und wo kommen die Chronicon-Partikel her? Na, die sammeln sich in der Außenhülle des Schiffs, die setzen sich da ab, weil man die Tarnvorrichtung hat und die benutzt. Die kommen aus der Tarnvorrichtung. Das ist ungefähr so. Ungefähr so. Die Tarnvorrichtung hat aber was damit zu tun. Ja. Ich weiß nicht, ich mache dabei immer die Ohren zu, vielleicht bin ich auch einfach zu doof dazu. Es entsteht jedenfalls dann temporale Energie. Sieh mal an. Ja, aber man weiß noch nicht, warum. Aber man weiß noch nicht, O'Brien weiß noch nicht, was es bedeutet. Ja, also während man da oben so weiterforscht, kehren wir wieder ein paar Jahre zurück nach San Francisco. Und da brieft der Spencer jetzt seinen Doktor, dass das ein bisschen anders ist als die Erde, die man so kennt. Man sieht es ja auch schon. Auf der Straße herrscht eine gewisse Unordnung. Ja, wir stehen jetzt vor so einem Kabuff, kann man sagen, so im Eingang. Und Cisco und Bashir sind jetzt im Begriff gebuckt zu werden, wie der Amerikaner gesagt. Also die Personalien werden aufgenommen. Man möchte herausfinden, wer die beiden sind. Ja, es ist halt nicht so nett Starfleet mäßig. Können wir ihnen mal helfen? Ihr bleibt mal schön hier stehen. Haltet die Fresse und gleich geht ihr da rein und lässt eure Fingerabdrücke mal da. Ja, und was wir da sehen, die Szenerie, die uns auch gebaut wird, da haben sie sich richtig viel Mühe gegeben. Wir sehen viele Schattisten, wir sehen viel Szenerie einfach, Feuerleitern, Außen an Häusern, an Fassaden, voller Leute, überall Leute, Leute über Leute, über Leute. So ein fies aussehendes Metalltor. Dann, als man später noch weitergeht, sieht man einen Slum, überall sitzen sie, sind Zelte, brennende Tonnen, Rauch hängt in der Luft die ganze Zeit. Es ist wirklich deprimierend, was wir da sehen. Ja, und das an einem doch so schönen, sonnigen Tag, an dem sie daherlaufen. Richtig, ja. Wir erfahren, dass es in dieser Zeit Schutzzonen gibt. So werden sie jedenfalls genannt. Ja, Schutzzonen, in denen Leute landen, die ja keinen Job haben, die auf der Straße leben, die aber nicht unbedingt kriminell waren. Ja, es ist nicht so, dass das irgendwie eigentlich ein Gefängnis ist, sondern man hat sich halt gedacht, wir haben diese Schutzzonen für arme Menschen, um geschützt zu werden. Ja, daher kommt ja der Name. Wie das Ganze dann in Wirklichkeit aussieht, sehen wir gleich. Und der Sisko erzählt das dem Bescher auch so ein bisschen. Und er sagt, das waren halt nur einfach Leute. Die hatten keine Jobs, die hatten keine Plätze zu leben. Und die hat man dann in diese Ghettos gepfercht. Und der Bescher macht hier einen auf Pille. Der channellt den Pille. Und ist natürlich empört über dieses Inhumane, über diesen inhumanen Umgang mit diesen hilfsbedürftigen Menschen. Und jetzt erfahren wir eine Rampe, die gebaut wird für die Star Trek Zukunft. Nämlich, es wird ja oft gesagt, es muss erst einmal durch eine dunkle Zeit gehen. Es muss durch eine Talsohle gegangen werden, wo die Sachen schlimm sind, bevor es so werden kann wie in Star Trek, wo die Föderation ganz wunderbar ist. Und ein Teil dieser Talsohle ist, dass in den frühen 2020ern, also der Zeit, wo wir uns jetzt befinden, in der Star Trek-Version der Geschichte, gibt es diese arbeitslosen Ghettos in jeder größeren Stadt in den Vereinigten Staaten, um die Leute da einfach umzubringen. Unterzubringen. Umzubringen nicht, aber unterzubringen. Habe ich umzubringen gesagt? Ja, du hast umzubringen gesagt. Ich meine, in gewisser Weise stimmt auch das. Ja. Ja, aber erstmal wollte man sie nur unterbringen. Ja, natürlich, Entschuldigung, ja. Alles schlimme Sachen, die da passiert sind, fürchterliche Fehlgriffe, aber die haben trotz und alledem auch das Tor aufgestoßen für die Zukunft, wie wir sie dann später in Star Trek sehen. Es ist also so eine notwendige Zwischensituation. Das erzählt man uns, also man muss erst Fehler machen und aus diesen Fehlern lernen und irgendwann überwindet die Menschheit diese schlechten Eigenschaften, dieses Unsoziale und dann wird alles gut. Aber vorher muss man richtig in die Scheiße laufen. Das ist so ein typisches Star Trek Narrativ und das wird uns auch hier präsentiert. Willkommen im 21. Jahrhundert. Und das, was wir hier sehen, der schlug vor, abgezäunte Zufluchtsorte für Obdachlose einzurichten, damit der Bezirk Downtown attraktiver für Geschäfte wird. Und Robert Hewitt Wolff, man hat das natürlich diskutiert, das waren junge Autoren, die waren sozial interessiert, haben an Star Trek mitgearbeitet. Die haben gesagt, also als wir das gehört haben, da waren wir ganz schön freaked out, ja. Also das hat uns richtig mitgenommen, dass man sowas tatsächlich vorhat, ne. Also diese kleinen hässlichen Landschaftsverschandelungen, ja, zu entfernen, damit die hohen Herrschaften es schön sauber haben. Das ist jetzt natürlich von mir extrem zugespitzt, aber so ist das ja tatsächlich, ne. Also wenn du dir Städte anguckst, dann gibt es dann häufig Problemviertel, so wird es dann genannt meistens, ne. Und wenn diese Problemviertel irgendwann mal attraktiv werden, weil man, weiß ich nicht, alte Wohnungen da renoviert oder eine Gentrifizierung in gewisser Weise einsetzt, dann möchte man natürlich diesen Schmutz nicht haben, ne. Und dann treibt man die Leute in ein anderes Viertel, meistens immer aus dem Kern der Stadt heraus. Von daher ist das schon, es gibt zwar keine Zonen in dem Sinne, aber im Prinzip wird es ein bisschen so umgesetzt, das muss man tatsächlich so sagen. Ja, das Spannende daran ist ja aber die zeitliche Übereinstimmung und dass der Riordan das sagte, obwohl er natürlich nichts von dir als Nein wusste, dass die da gerade so eine Geschichte schreiben und dass die das geschrieben haben im Glauben, naja, das ist so eine Schreckensvision für 2024. Okay, also die wussten es vorher gar nicht. Nein, die wussten das nicht. Die Episode wurde produziert und dann erschien das Interview und deswegen waren die ja auch freaked out und haben gesagt, ach du Scheiße. Ja, und ich dachte, das wäre eine Reaktion. Nein, nein, nein. Ich dachte, das wäre tatsächlich eine Reaktion, aber dann wäre ich auch ausgefreakt, ne. Ja. Also die Geister, die wir riefen sozusagen, ne. Wir schreiben ja was und plötzlich wird es in die Realität umgesetzt. Es ist ein schwieriges Thema, auf jeden Fall. Und hier, so wie wir es sehen, ist es natürlich der schlechtmöglichste Ausgang, das kann man mal ganz klar sagen. Das Ganze, also die Episode, die wurde zu großen Teilen auf der sogenannten, jetzt halt euch fest, New York Street auf dem Paramount Backlot gefilmt. Allerdings war es in Star Trek bisher noch nie New York, Sebastian. Es war schon zweimal San Francisco gewesen. Nämlich einmal das des Dixon Hill in The Big Goodbye und dann das des Mark Twain im Zweiteiler Times Arrow. Also es ging immer in die Vergangenheit zurück, natürlich auch hier. Nur hier eben ins 21. Jahrhundert. Zuletzt war es auch so eine Art Vergangenheitsversion. Da war es nämlich Keystone City in Emergence, wo der Gangster da mit seinem Ziegelstein hingefahren ist und den da in die Wand gesteckt hat, während die Enterprise sich fortgepflanzt hat. Und da ist dieses Spaghetti-Monster rausgeflogen. Ja, klingt nach einer verrückten Folge, ne. War es auch, hört mal rein. Auf jeden Fall, ja. Du warst ja meinst, Dick Miller wohnt da auf der New York Street? Vielleicht wohnt er da irgendwo in einem der Häuser und The Big Goodbye war ja schon da. Dann kommt er immer in so Filmen, weißt du? Immer auf dem Set ist Dick Miller dann dabei. Das kann natürlich sein, aber irgendwie würde ich es ihm auch nicht wünschen. Weil ich glaube, das ist ein bisschen so wie, sagst du schon, in Bocklemünd. Ja. Wenn du da, da kannst du nicht wohnen, da gehst du durch die Tür und dann, weil das ist ja, die Lindenstraße ist ja nur so eine Fassade, ja. Sehr enttäuschend wäre die Wohnung von Dick Miller dann. Alt-Berlin in Phantasialand, das ist ja auch nicht alles, ne. Dahinter sieht es ja auch ganz anders aus. Obwohl, das sind teilweise die Büros. Stimmt. Aber auch in Büros will man ja nicht wohnen. Nee, das ist richtig. Regisseur Reza Baddi, Kameramann Jonathan West und die Produktionsdesignenden freuten sich über die ungewöhnliche Aufgabe, ein Ghetto zu gestalten mit so vielen Statistinnen und Statisten wie noch nie zuvor. Ich meine, Star Trek Sebastian, es waren ganze 90 Leute, die da rumlaufen und das ist natürlich wow, ne, für so eine, ich sag mal die jetzt nicht normale, aber für so eine Episode, die so in der Staffel läuft. Ja, ja, ich glaube schon, dass man das mehr als Event geplant hatte, als es schließlich wahrgenommen wurde, Simon. Ich glaube, man wollte hier wirklich so einen Star Trek Meilenstein hinstellen und es ist ja eher ein vergessener Zweiteiler oder ein leicht mal übersehender Zweiteiler. Past tense, ne? Stimmt, ja. Und jetzt geht er natürlich auch ein bisschen deswegen unter, aber ich hole schon aus, das ist ja fast schon Teil des Fazits von Teil 2, aber ich sag's trotzdem, das bringst du dann zwischen Star Trek Generations und zwei Wochen, bevor der Pilotfilm von Voyager losgeht, wo ein riesiges Tamtam ist. Ich glaube, es ist einfach ein bisschen dadurch übersehen worden, damals schon auch. Ist interessant, ne, dass man in Deep Space Nine so ein Ausrufezeichen noch setzen wollte oder gesetzt hat, muss man ja sagen. Und dann kam Caretaker so als nächstes, also sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Naja, 90 Leute, immerhin war Make-Up Wizard Michael Westmore erleichtert, dass nicht alle Aliens darstellten. Der sagte einfach lapidar, ich musste sie nur schmutzig machen. Sebastian, das ist ihm teilweise gelungen, teilweise habe ich die Obdachlosen nicht so wirklich gekauft. Die sehen dann, also viele sehen dafür ein bisschen zu frisch aus und zu geföhnt und frisiert und rasiert. Ja, also, das kennt man eigentlich so nicht. Es ist ein bisschen das typische Star Trek Problem, dass auch ein Alien-Volk alle gleich aussehen und auch irgendwie alle gleich gut aussehen. Weißt du, was ich meine? Die haben alle denselben Level von Healthcare und Zahn und so. Ja, genau, das meine ich. Und das gilt für die hier auch, ne, auch wenn es keine Aliens sind. Aber es sind ja praktisch Aliens. Es ist ja eine fremde Welt für Cisco und Co. Also, die müssen sich jetzt erstmal ein bisschen einleben, müssen da gleich ihre Personalien abgeben. Die Dex hat es natürlich entsprechend besser getroffen, ja. Die sitzt jetzt in so einem, über den Dächern von San Francisco in einem dieser Hochhäuser im Büro des Chris Brunner. Ja, und dieses Büro, Sebastian, ich bin froh, dass das nicht mein Büro ist. Ach, warum? Ist doch eigentlich ganz nett, Tageslicht fällt rein, du hast so ein bisschen die Skyline von Rope vom Fenster. Ich weiß nicht, da ist so ein schäppiger Teppich irgendwie drin und das sieht alles so, da ist eins so eine Computerkonsole und das ist so das Gegenteil von der Hobbit-Gemütlichkeitshöhle, würde ich sagen. Also, ich finde das irgendwie so ein bisschen karg. Ich weiß nicht, es ist groß, aber karg. Es wirkt wie so ein nicht ausgebauter Dachboden. Aber ich glaube, es muss karg sein und vor allen Dingen auch so aufgeräumt aussehen, damit es die visuelle Fallhöhe zu dem Ghetto darstellt. Ja, da hast du. Weil wir sehen ja auch gleich nochmal eine Bürosituation, so eine Art Cubicle, dann im Sanctuary District, wo man dann so erfasst wird und das sieht komplett anders aus. Richtig. Und ich glaube, darauf kommt es an. Aber die Dex ist jetzt an diesem Computer zugange und sie hat so einen Stift, habe ich gesehen, ja, so ein Touchpen oder wie die heißen, ja, kennt man ja auch so von manchen Handys, wo man dann so einen Stift da rausholt und dann kann man, oder Blackberry früher, dann konnte man da so drauf rummalen und das macht sie jetzt auch. Und kümmert sich da um ihre Personalien, Sebastian. Was machten die da eigentlich, die Dex? Die Dex benutzt ihre Wissenschaftsoffizier-Computer-Hacking-Skills, um sich eine Identität zu geben und dann kriegt sie da einen Ausweis. So habe ich das verstanden, oder? So habe ich das auch verstanden und ich kann da, ja, gut, ich muss da mitgehen, ja, aber es fällt mir nicht leicht, dass die Dex da, weißt du, ein Computersystem ist. Die macht das Ding auf und dann sagt sie sofort, ach, guck, der Encryption-Dingenskirchen so und so. Ist ja Tobopascal. Ja, genau. Und dann machst du das dann fertig und die bestellt sich da jetzt sowas. Und jetzt kommt auch der Chris wieder rein und fragt sie, ja, deine Tattoos, ja, da ist natürlich immer das große Ding bei Dex, deine Tattoos, hast du die in Japan gemacht? Ja, der wird ja nicht so gerne gesehen, ne, wenn man aus der Reihe tanzt. Er musste sich nämlich, er ist ja, er hat es zu etwas gebracht, er ist auf der Teppichetage gelandet und er musste, weil er ja mit seinem Geschäft auch erfolgreich sein will, um auch die Aufträge von, die öffentlichen Gelder zu bekommen, musste er sich allen anderen anpassen. Deswegen hat er sich seine Tattoos weglasern lassen und er sagt auch, ich bin, er hat mich ja verkauft, so ein Stück weit, ja, meine Ideale verkauft. Ich bin ein Sellout offensichtlich, aber ich bin Chris Brenner. Sag mal, kennst du mich nicht? Hier, Brenner Informationssysteme und offensichtlich handelt es sich bei diesem Chris um so eine Art Medienmogul, Schrägstrich Bill Gates Typ, ja. Ja, und die Jazea geht jetzt auch so ein bisschen drauf ein, ja, um sein Vertrauen auch zu gewinnen, ne, und scherzt so ein bisschen mit ihm. Ja, offensichtlich bist du ein Sellout, ne, aber ich werde gar nicht gegen dich verwenden, nein, nein, nein. Und ich habe übrigens zwei Kumpels dabei gehabt, die mich hier auf der Reise begleiten und wir haben uns verloren und vielleicht kannst du mir helfen, die ausfindig zu machen. Das ist halt auch so, sie möchte natürlich seine Möglichkeiten, seine Kanäle, seine Beziehungen, die er da offensichtlich hat, nutzen, um jetzt Cisco und Bashir wiederzufinden. Was mich ja überrascht hat, ist, dass er ja anscheinend wirklich so eine große Nummer ist. Du hast schon, Bill Gates hast du, glaube ich, gesagt, nee, wen hast du gesagt? Bill Gates, aber ja, weiß ich nicht, Bill Gates vielleicht, so ein Typ halt. Oder auch Daniel Clamp aus Gremlins 2, wo auch Dick Miller mitspielt, ja. Schöner Vergleich. So einer ist er. Und dass so jemand über eine Frau, die so drapiert ist in der U-Bahn, über das er da fast drüber stolpert, dass der ihr so Tür und Tor öffnet, ohne dass er so Leute hat, die dann sagen, Mr. Brinner, wir sollten mal einen Background-Check machen, weil das könnte ja so, das könnte ja ein Scam sein, ein lupenreiner Scam könnte das sein, dass sie ihm da Dex als so eine Art Honigtopf vor die Füße gelegt haben. Ja, also wenn das so naiv ist, dann wäre er doch nie im Leben in so eine Position gekommen, dass er da gleich, weißt du, er ist halt eine hübsche Frau und denkt, dass er sich dann gleich so in den Finger wickeln lässt. Vielleicht ist er schockverliebt, vielleicht das Gehirn so ausgesetzt, aber er traut ihr voll und ganz und das ist tatsächlich ein bisschen lustig auch. Ein bisschen konstruiert, das Wort werde ich vielleicht noch einige Male verwenden in diesem Zweiteiler. Aber gut, jetzt kehren wir zurück dahin, wo nicht so schön aufgeräumt ist, der Dick Miller nämlich, der bringt Cisco und Bashir nun ja zum Scannen. Also die werden jetzt erkennungstechnisch behandelt oder wie man das nennt, ja, also da wird alles gescannt, Fotos werden gemacht, die Fingerdruck-Datenbank wird abgefragt und das sieht alles sehr 90er-Jahre-mäßig aus, was wir hier sehen. Ja, das sieht sehr 90er-Jahre-mäßig aus, aber okay, ist ja auch alter Scheiß, warum sollen die sich da neuen Scheiß hinstellen in diesem Ding? Stimmt. Wird ja eh nur geklaut. Richtig, hast recht, ne? Das sind so diese alten Rechner, die man früher so im Bahnhof-Star-Film gesehen hat, wo Windows 3 1 noch drauf läuft. Ja, genau, so was ist das jetzt hier. Guck gerade aus, guck nach rechts, nervt nicht, alles klar. Können wir nicht gehen? Und dann sagt er so einen typischen Dick Miller-Satz. Ja, mal gucken, vielleicht kann ich euch ja gehen lassen. Ihr habt keinen Ausweis, ihr habt kein Geld, ihr seid angezogen wie die letzten Heinis. Ja, merkst du selbst, ne? Und ich finde, dadurch wird die Figur, die Dick Miller da spielt, auch wieder sehr Dick-Miller-esk. Ein grumpy Typ irgendwie, der auch auf der falschen Seite ist, der auch für böse Menschen irgendwie arbeitet. Aber doch eigentlich irgendwo hinter dieser rauen Schale ist eigentlich ein ganz okayer Kerl. Ja, der eigentlich Leuten nicht wirklich was Böses will, sondern mit seiner ruppigen Art versucht er, ihnen jetzt so den Weg zu weisen. Und das ist halt super, wie die dann diesen, so Formulare kriegen, wie wenn du das erste Mal bei irgendeinem Arzt bist, wo du erst mal so eintragen musst, ja, ich nehme die Medikamente und alles. Und das müssen die jetzt ausfüllen. In dieser Halle, die auch wirklich voll ist. Also da sitzen Familien und sonst irgendwie was. Hat so ein bisschen was auch von Einwanderungsbehörde vielleicht, ja. Also da sitzen ganz, ganz viele Leute, die da alle das Problem haben, sich irgendwie zu identifizieren. Und es dauert ewig. Ja. Stundenlang muss man da sitzen. Toll fand ich ja auch noch wieder, Dick Miller, dass er so runterrattert. Schön ausfüllen und nach deinem besten, nach eurem besten Wissen und Gewissen. Und wenn ihr das nicht versteht, kriegt ihr einen Übersetzer. Vor allen Dingen, er hat mit denen schon Englisch gesprochen. Und er sagt das trotzdem als Teil der Litanei und bla bla bla. Und wenn, und jetzt setzt euch jeden und füllt das aus. Und wenn ihr ein Problem habt, dann nervt nicht mich. Tschüss. Ja, das ist gut. Das ist richtig gut. Er redet es genauso, als würde er das jetzt zum zweitausendsten Mal sagen. Ja, richtig. Was er wahrscheinlich auch tut, ne? Ja. Unterdessen auf der Defined, da melden sich ja schon die Admiräle und sagen, sag mal, was ist denn da los? Bei euch oben und Kira, hält die jetzt erstmal so ein bisschen zurück, ja? Wir haben ja ein Problem. Und O'Brien, der alte Technikmeister, ja, der ist der ganzen Sache jetzt noch ein bisschen mehr auf den Grund gegangen. Es folgt eine weitere Mini-Technobabble-Explosion. Sebastian, es gab irgendwie eine kleine Explosion oder so. Es ist Folgendes passiert. Es ist durch das Sonnensystem ein mini-schwarzes Loch geflogen, das dann explodiert ist. Und das hat dazu geführt, dass die in der Außenhöhle der Defined angesammelten Chronitorn-Partikeln, ihr erinnert euch, das sind die, die hinterlassen werden von der Tarnvorrichtung. Die haben sich so verschoben, die sind dann in diesen hochenergetischen, temporalen, ja, dann haben sie da durchgebeamt. Und, boah, Simon, was bin ich froh, dass das einigermaßen die letzte Szene ist, wo das passiert. Also, da haben sie sich, das ist ganz schön irre gebaut, hier diese Zeitreise, ja. Ja, ich wünsche, die Folge hätte mir das so gut erklärt, wie du mir das gerade erklärt hast, ja. Also, ich bin da erstmal, hä? Ja. Stand nicht davor. Vielleicht war es auch schon zu spät, als ich es gesehen habe gestern Abend. Naja, Problem ist, also dieser Strahl ist ja nicht, die Frage ist nicht, wo er ist. Das ist ja auch wieder dieses Klischee. Die Frage ist nicht, wo, sondern wann, ja, denn sie sind ein paar Jahrhunderte entfernt, ne. Ein paar Jahre? Nee, Jahrhunderte. Ach so, scheiße. Da schalten wir auch jetzt wieder hin zurück, in diese Wartehalle und da sitzt der Cisco und wartet. Und neben ihm sitzt einer und jetzt sehen wir, die Folge macht mehrere Male ganz, ganz toll, hat sie auch schon ein paar Male ganz toll gemacht, dieses Show, Don't Tell. Neben ihm sitzt einer, der hat einen Stift in der Hand, mit dem er eigentlich ausfüllen soll und der krakelt auf einmal Cisco das Bein voll. Und als der sagt, lass das mal, dann dreht er sich rum und dann sitzt da eine alte Frau und dann malt er der auf dem Arm rum und statt dass die sagt, lass das mal, ist die so, yeah, der malt mir auf dem Arm rum, das ist ja super. Also das sind Leute, die ein mentales Problem haben oder ein Entwicklungsstandproblem haben, ganz eindeutig. Genau, also Menschen, die eine psychologische Betreuung brauchen oder entsprechende Medikamente. Und bevor Bischir das später dann auch nochmal sagt, sehen wir das hier schon. Also der hat eigentlich in dieser Halle nichts verloren. Ja, der muss in ein Krankenhaus oder in eine Behandlung, wird aber, da wird kein Unterschied gemacht in dieser Realität, die wir da sehen. Wenn jemand nicht in der Lage ist, mitzuhalten mit der Gesellschaft und sei es auch, weil er es einfach nicht kann, dann ist er trotzdem, ja, einer von den Leuten, die da in diese Ghettos müssen. Also eine ganz, ganz schreckliche Zustände. Und jetzt findet der Cisco heraus, welches Datum es ist. Es ist nämlich der 30.08.2024, Ende August 2024. Ja, Bischir beschwert sich jetzt, die Leute müssen doch behandelt werden, das gibt es überhaupt nicht. Ja, hast recht, aber guck dir mal das Datum an. Weißt du, was da nämlich passiert ist in der Geschichte? Die Bell-Aufstände waren hier in der ersten Septemberwoche, also in ein paar Tagen. Und das ist genau hier passiert, nicht nur in San Francisco, sondern in der Schutzzone oder Sanctuary District, wie es im Original heißt. Ah, und jetzt geht im Cisco-Kopf natürlich so direkt vor, oh, 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 das ist ein wichtiges Ding, da dürfen wir uns nicht einmischen. Da dürfen wir uns nicht, wir sind aber mittendrin, wir müssen echt von jetzt an aufpassen. Was, Simon, wird da passieren? Es wird zu Aufständen kommen. Es ist nämlich, ich glaube, Cisco zum einen denkt ja das, wir dürfen das keinesfalls beeinflussen und zum anderen wird es hier fucking gefährlich werden, ja. Es werden Aufstände entstehen im District. Es gibt eine schwere Reaktion von der Staatsmacht sozusagen und während dieser ganzen Sache werden wahnsinnig viele Menschen getötet werden. Und Schlüsselfigur ist eben dieser Gabriel Bell, der in so einer Geiselnahme-Situation dafür gesorgt hat, dass die Geiseln eben nicht umgebracht werden, der sich im Verlauf dieser Geiselnahme opfert. Das Ganze kommt hinterher dann raus und dann erst ändert sich die öffentliche Wahrnehmung. Dann kriegen die Leute mit, dass quasi in ihrer Mitte solche Zustände herrschen, dass da Leute sterben und erst dann beginnt eine Aufarbeitung der ganzen Sache. Diese sozialen Probleme werden gelöst, die Menschheit macht einen Schritt nach vorne, diese Ghettos werden abgeschafft und die Utopie kann beginnen. Und eben dieser Gabriel Bell ist sozusagen der Katalysator dafür. Ja, ein bisschen ist es ja doch wieder der Star Trek typische Optimismus, weil wir ja gesagt bekommen, dass der Tod von diesem einen Unschuldigen dort dazu führt, dass das System sich dann verbessern wird. Ja, das haben wir jetzt leider im 21. Jahrhundert schon ein paar Mal gesehen, dass es auch Leute gab, die dann da auch schon fast zu mehr Turan wurden. Ich denke jetzt auch an die, obwohl vielleicht wird es ja noch, man kann es nicht sagen, aber ich denke an das Mädchen im Iran vor etwa einem Jahr. Mir fällt ihr Name jetzt gerade leider nicht ein. Tja, die ist ja so eine Art Gabriel Bell, ist zu hoffen, dass die da irgendwie das Ruder, dass das jetzt irgendwie das Ruder da mal rumgerissen werden kann. Allein, Simon, allein, mir fehlt mitunter oft der Glaube. Ja, insbesondere jetzt wieder, also wo wir das aufnehmen und mal in die Nachrichten gucken, dann sehen wir, dass wir da noch meilenweit von entfernt sind. Gut, das wollen wir nicht thematisieren, jetzt gehen wir mal wieder auf die Star Trek Folge. Während man sich da jetzt Gedanken macht, wie macht man denn da weiter, werden sie jetzt endlich aufgerufen. Ja, endlich sind sie dran, kommen jetzt in dieses Kabuff, du hast es schon gesagt, ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn man das mit Brunners Büro vergleicht, das ist so ein fensterloser Minibüro, wo du reinkommst. Auch mit diesen Schmutzstreifen an den Wänden, die es gibt in so einem Ding, wenn da seit Jahrzehnten nicht gestrichen wurde. Das sieht sehr, sehr authentisch einfach aus. Und da sitzt eine Frau hinter dem Schreibtisch, die ist einigermaßen verzagt, aber gleichzeitig doch auch zugewandt. Ja, der kann nicht helfen, der hat das schon tausendmal wieder gemacht, ist aber auch keine Antagonistin. Und das finde ich bis hier schon wieder spannend. Du hast das Ähnliches gerade schon über den Dick Miller gesagt, der ist zwar nie auf der richtigen Seite, aber er hat irgendwie doch einen guten Kern. Es gibt, vielleicht mit einer Ausnahme später, so richtig keine Antagonisten. Nee. Die Antagonisten sind die Situation. Richtig, also die Zustände, die da herrschen, das ist die eigentliche Gefahr. Die Leute in diesen Zuständen, die funktionieren einfach damit und müssen damit umgehen. Das ist absolut richtig. Wir erfahren jetzt von ihr so ein bisschen Lokalkolorit. Also es gibt so spezielle Bezeichnungen für die Art der Leute, zu denen man zugehörig ist. Da gibt es zum einen die Dimms. Und die Dimms, die sind halt ein bisschen dimm. Die sind so wie dieser eine Typ, der vorhin auf Siskos Ärmel rumgemalt hat. Das sind Leute, die eigentlich in Krankenhäuser behandelt werden müssten, die überhaupt nicht in der Lage sind, sich Arbeit zu suchen, eine Wohnung zu suchen und solche Sachen. Aber zum Glück sagt sie, ihr seid keine Dimms, sondern ihr seid Gimmis. Und Gimmis, das sind zwar Arbeits- und Obdachlose, aber welche, die irgendwie was können. Und tut mir leid, dass ich das nicht erkannt habe, denn euch könnte ich vermitteln. Ich brauche nur ein bisschen viel Zeit dafür. Bisschen sehr viel Zeit dafür. Aber es gibt ja nicht nur Dimms und Gimmis, Simon. Es gibt ja auch noch eine dritte Gruppierung, die einen Spitzdarm hat. Genau. Das sind die Shadows. Ghosts sind das. Ghosts. Die Schatten heißt es auf Deutsch, glaube ich. Schatten sagen sie im Deutschen, aber die Ghosts ist es im Englischen. Und die Ghosts sind diejenigen, die ja so eine etwas kriminellere Energie haben. Und die sind natürlich ein Problem dort, weil die machen mitunter Remy Demy im Sanctuary. Aber weil die alle miteinander gefangen sind, ist das echt schwierig. Und die Lee, die wir auch später nochmal wiedersehen werden, die wird nochmal sehr wichtig. Die sagt dann auch, tja, ich gebe euch noch einen Tipp. Haltet euch von dem Dick Miller und seinen Leuten fern. Dem haben sie auch wieder das Budget gekürzt. Das ist scheiß Laune. Und passt auf die auf. Macht einen großen Bogen irgendwie. Achtet auch auf die Ghosts und so. Und sie bringt denen so ein bisschen die Regeln des Ghettos schon mal bei, in das sie jetzt reinstürzen. Und in dem Moment musste ich mal kurz die Folge auf Pause machen. Und ich habe mir gedacht, ich glaube, es gibt keine einzige Star Trek Episode bisher, die so intensiv politisch ist. Deep Space Nine ist schon oft politisch gewesen. Aber wo so wirkliche Realweltzustände so greifbar dargestellt und erklärt und auch in aller ihrer Tragweite und gar nicht schön geredet werden, das ist schon bemerkenswert. Es ist bemerkenswert und vor allen Dingen wird das, glaube ich, auch deswegen so, weil wir diese Zustände ja kennen. Ja, naja, in der Historie natürlich gab es das schon in der Form. Und man kann sich auch gut vorstellen, wie das in einer modernen Welt wäre. Und ich glaube, dadurch, dass man so gut dazu connecten kann, weil es eben realpolitische Probleme sind und halt nicht etwas so Metamäßiges, ja, das man so durch Metaphern erklärt, deswegen wirkt das auch so. Also da würde ich, ich würde dir absolut zustimmen. Also die sind noch nie so sehr ans Eingemachte gegangen, an die echten sozialen Schwierigkeiten und Probleme, die die Menschheit halt hat. Es ist aber auch das erste Mal, nee, das zweite Mal gefühlt, wo wir eine, wie ich finde, komplexere Gesellschaft sehen. Sonst besuchen wir immer so einen Planeten, da haben sie alle dieselben Frisuren und alle gehen einem ähnlichen Beruf nach. Und mit denen hat man dann ein Problem. Und diese Gesellschaft wird ganz monolithisch behandelt. Und dass eine Gesellschaft aber aus unterschiedlichen Sachen auch schon so fast schon so ein bisschen Chaos theoretisch besteht, die einander beeinflussen, was unübersichtlich ist und Grauschattierungen und einfach eine komplexe Welt, die entsteht. Total, ja. Das hatten wir, oder den ersten Versuch davon, noch gar nicht mal so krass weit getrieben wie hier, hatten wir in dieser Folge, wo Jean und Co. mal die Aliens sind in First Contact. Da hatten wir die Krankenschwester, die Wissenschaftlerin, den Politiker, der dagegen ist, da hatten wir so unterschiedliche Parteien einfach mal, die da so dran gezerrt haben. Aber selbst da war es auch noch relativ zugespitzt auf wenige, dann doch klar verständliche Sachen. Und hier ist es einfach diffus. Es ist so eine verfahrene Situation, die total plastisch realistisch dargestellt ist. Das ringt mir größten Respekt ab, Simon. Ich finde das auch gut. Und es ist halt dreidimensionaler einfach, weil, wie du auch vorhin ja schön gesagt hast, es gibt nicht wirklich die Antagonisten und die Guten. Und das haben wir sonst eigentlich meistens bei Star Trek, dass du dann halt, wenn es hochkommt, kommst du mal auf einen Planeten, wo es zwei Fraktionen gibt. Ja. Aber nicht so ausdiversifiziert, wie es hier der Fall ist. Und das macht, macht die Folge wirklich zu was Besonderem. Und lenkt Star Trek auch in so eine andere Richtung jetzt. Sisko und Bashir sagen dann auch, naja, wir sind mit einer Freundin hier, wir wurden getrennt. Sie sagt, ja, ihr könnt da jetzt aber auch nicht raus. Ihr müsst jetzt erstmal in dieser Schutzzone bleiben. So ist das, so will ist das Gesetz. Wir versuchen euch einen Job zu besorgen, das dauert allerdings. Ja, denn, so erfahren wir auch, die wirtschaftliche Lage aktuell ist nicht die allerbeste. Ja, Arbeit wächst nicht auf den Bäumen. Ihr müsst geduldig bleiben. Und unterdessen gibt es auch keine Kohle, ja, sondern es gibt Rationskarten. Ja, da kriegst du so eine Karte und mit der Karte kannst du dir dann Frühstück, Mittagessen und Abendbrot bei der Essensausgabe holen. Das ist alles. Schalten wir mal wieder zurück dorthin, wo es rosiger ist, in das Büro des Chris. Und er sagt, tja, meine Assistentin oder mein Assistent hat hier ein Zimmer im Clift für die nächsten fünf Nächte. Also das wird so gesagt, dass du direkt weißt, das ist ein Luxushotel. Ja, klingt nicht so nach Crest Hotel, sondern Clift Hotel. Da gehst du in das Clift. Das ist, ja, genau. Und Dankeschön. Aber jetzt nähert man sich so langsam, aber sicher in dieser Detektivgeschichte. Wo könnten die beiden anderen sein? Denn in den Krankenhäusern ist niemand. Und das ist doch schon mal eine gute Nachricht, meint doch die Dex. Hm, ja, Chris ist noch nicht so richtig angetan davon, weil der ahnt, glaube ich, schon, was da passiert ist. Aber rückt noch nicht mit der Sprache raus. Stattdessen lädt er sie aber zu einer Soirée am nächsten Abend ein, bei ihm im Büro. Ja, ich komme. Alles klar. Würde gerne kommen. Also sie spielt da noch voll mit. Unterdessen müssen sich Cisco und Besche jetzt zurechtfinden im Ghetto. Und die suchen jetzt erstmal einen Platz zum Schlafen. Werden aber, ja, abgewiesen. Also wenn man da in eines dieser Häuser rein will, dann stehen da meistens Leute davor und die sagen, ihr kommt hier nicht rein. Das ist unser Haus. Es gibt also so, ja, Mikro-Gesellschaften im Grunde in diesem Ghetto, wo man halt quasi zu einer Fraktion dazu gehört und die wohnen dann in dem Haus. Und da kannst du nicht einfach rein, weil Platz ist auch begrenzt. Und so gehen die beiden da über die Straße. Und Bescheer ist immer noch in diesem Pille-Modus. Der guckt sich die Leute an, die da sind und sagt, oh, hier, der da, dem könnte man helfen. Als sie an so einem Dim vorbeigehen, mit den richtigen Medikamenten könnte man ihm helfen. Sie könnten diesen Mann kurieren, aber sie haben aufgegeben, sagt Cisco. Und als er sagt, sie haben einfach nur aufgegeben, da sehen wir schon, wie krass es tatsächlich in diesem Viertel zugeht. Denn sie stehen auf einmal für ein paar Sekunden in den Suchscheinwerfern eines Helikopters. Das spricht auch schon Bände, ohne dass du viel dazu sagen musst. Ja, das sagt sofort, nachts ist dort so viel los, dass die Helikopter darüber kreisen und schon mal so präventiv suchen, um da die Meuchel, möglichst den einen oder anderen Meuchelmord doch noch zu verhindern, der da passiert. Au Backe. Ja, und der Bescheer bringt es jetzt auf den Punkt, indem er sagt, das ist so schlimm hier. Also, und das ist für mich so ein Schlüsselsatz der Folge, den er jetzt sagt. Und Leute leiden zu lassen, weil man sie hasst, das ist an sich schon furchtbar. Aber Leute ans Leid zu bringen, weil man vergessen hat, wie man sich um sie kümmert, das ist einfach, da ist was kaputt. Da ist der ganzen Gesellschaft was verloren gegangen. Da ist ein Funke des Ethos, da ist eine Verrohung drin. Wie kann man die Zeit zurückdrehen? Geht das überhaupt? Boah, kriegt er nicht verstanden. Kriegt er nicht verstanden? Und Cisco sagt, es wird dauern. Irgendwann werden die Leute anfangen, sich wieder zu kümmern. Sie brauchen aber Zeit dafür, das irgendwie zu checken. Das ist so Ciscos Argumentation. Und dann sagt der Bescheer legt ja immer weiter los. Der sagt, sind die Menschen wirklich so verschieden von den Leuten, die sie ständig kritisieren? Nämlich Kadasianer und Romulaner beispielsweise. Wie würde die Föderation reagieren, wenn sie unter eine existenzielle Bedrohung gerät? Und das Interessante ist, darauf gibt es ja keine Antwort. Und da sagt Cisco auch, Cisco sagt, weiß ich nicht. Und stürzt sich sofort in seine Arbeit. Er sagt nämlich, weiß ich nicht, aber mein Job als Offizier ist, dass wir es nie herausfinden. Wir dürfen einfach nicht in so eine Situation geraten. Denn dann, Sebastian, ist dieses hauchdünne soziale Miteinander sehr stark gefährdet. Wenn irgendwie Leute merken, ich habe aber nichts mehr zu fressen. Oder da will mich jemand umbringen. Dann ist es nämlich vorbei mit den Nettigkeiten. Und das müssen wir verhindern, sagt Cisco, dass wir jemals an diesen Punkt kommen. Und das fand ich auch für Star Trek Verhältnisse, also unfassbar solche Themen. Habe man bisher noch nie gehört. Es macht aber auch gleichzeitig diese Widersacher, die da erwähnt werden, weicher. Die Romulaner und die Kadasianer. Da denkst du, ja, das sind die Faschos. Das sind die, oder ein totalitäres Regime oder eine Diktatur oder irgendwie sowas Schwammiges. Auf jeden Fall nicht gut. Und warum sind die so? Naja, die sind halt so Schweinebacken. Aber hier wird ja eigentlich gesagt, naja, der Weg zur Schweinebackigkeit ist so eine Slippery Slope. Hier auf der Erde, wo wir jetzt gerade im Jahr 2024 gelandet sind, wir beiden Vögel, da fängt es an mit Lieblosigkeit. Lieblosigkeit und Lieblosigkeit an sich ist jetzt kein Verbrechen. Das ist ein roher Persönlichkeitszug. Aber damit steigst du dann schon in diese Bobbahn vielleicht ein Richtung Schweinebackenzivilisation. Richtung, wir werden so wie Kadasia. Und das macht für mich auch so Retrograd, dass ich mich dann auch so anfange reinzufühlen und sagen, ja Mensch, was ist denn da wohl passiert auf Kadasia vor 200, 300, 400, 500 Jahren oder auf Romulus oder so? Warum sind die so? Ja, warum sind die so? Vielleicht ist diese Gesellschaft so, ja, ist da auch so eine ähnliche Lieblosigkeit, hat Einzug gehalten. Und die sind nicht wirklich böse, sondern sie sind tragisch. Sie sind tragisch. Und das ist wieder eine Aussage, die ist total Star Trek. Die ist total Star Trek und auch total erwachsen. Ja. Weil wir dann halt weggehen von denen, das sind diese finsteren Aliens. Ja, die sind einfach böse. So, nee, es gibt Gründe, ob sie jetzt gerechtfertigt sind oder nicht, ist ja eine andere Diskussion. Ja, ja. Aber es gibt halt Gründe, warum die so geworden sind, wie sie waren. Und die Menschheit ist ja hier, zumindest zu dem Zeitpunkt, nicht viel besser. Also, ja, das ist, das Niveau hat sich so ein bisschen erhöht jetzt durch diese Szenen. Das kann man, ich verstehe auch Leute, die sagen, oh nee, jetzt macht er mir hier meine Utopie so ein bisschen kaputt. Ich kann das verstehen, aber ich finde, es ist halt besseres Fernsehen. Ja, es ist besseres Fernsehen. Es ist so ein bisschen das, wonach wir uns gesehnt haben bei unserer Diskussion neulich mit Falk. Deswegen habe ich gesagt, wir müssen eigentlich das ausklammern, weil Star Trek zeigt es uns ja dann doch. Aber es zeigt es uns eben nicht, da wo wir sagen, zeigt uns das doch mal im 24. Jahrhundert, sondern es zeigt uns das im 21. Jahrhundert. Und da sehen wir sogar die Presse in der nächsten Folge noch, wo wir auch gesagt haben, und die Medien sehen wir, wo wir gesagt haben, wo ist denn das, wo gibt es denn das? Ja, in diesem Zweiteiler gibt es das, Leute. In diesem Zweiteiler. Und wie gesagt, nochmal, ich habe es gerade schon gesagt, die Antwort von Cisco, ich weiß es nicht, ist eigentlich einer der ehrlichsten Sätze, die ich hier in Star Trek gehört habe. Denn, ja, keine Ahnung, wie wir das lösen. Und wir hoffen, dass dieser Gabriel Bell, dass das dann zu einem Umdenken führt. Tut es das wirklich? Ist eine andere Frage. Weil ein Umdenken löst noch keine Probleme. Naja, jetzt kommen sie an so einer Truppe vorbei und da wird gerade einer zusammengedroschen. Ja, und jetzt lernen wir mal diese Ghosts kennen. Der Chef von denen ist der BC. Ich habe ihn damals schon, als ich die Folge das allererste Mal gesehen habe, habe ich ihn *** genannt. Weil, das ist der eine Charakter, ein ganz Star Trek, der *** am nächsten kommt. Das ist jetzt ein Name, den muss ich leider komplett auspiepen. Es wird niemand verstehen, worauf ich hinaus will. Aber Simon, ich möchte dir das einmal kurz overbringen, was ich in diesem Menschen dort sehe, den wir da gezeigt bekommen. Also, ja, wenn du alle negativen Eigenschaften in einer Figur vereinst, von dieser Person, die du da genannt hast, würde ich dir zustimmen, ja. Also, das ist so alles, was nicht gut ist. Es sieht ihm auch so ein bisschen ähnlich. Ja, ich finde den Typen, also mit dem habe ich so ein bisschen meine Probleme. Der ist, ich weiß halt, also nicht mit dem Charakter an und für sich, sondern wie er den so spielt. Ja, das ist so ein langhaariger Bombenbeleger irgendwie, ne, mit so einem Hut. Und der redet auch immer so, so ein bisschen so, ne, so. Den finde ich jetzt, ich finde den Schauspieler auch nicht so gut. Vielleicht ist es im zweiten Teil dann besser, müssen wir mal gucken. Hier sehen wir da kurz, aber ja, das ist jetzt einer von diesen Ghosts und der ist gefährlich. Der sagt, was guckst du? Hast du mich angeguckt, Alter? Und droht auch schon so ein bisschen. Also Bescheer will natürlich sofort eingreifen. Klar, ne, da wird ja jemand zusammengedroschen. Aber Sisko hält ihn zurück. Lass mal gehen. Komm, nein, weg, weitergehen. Weil in Sisko's Kopf ist ja jetzt temporale Direktive, nicht verletzen. Der ist jetzt offizielle Sternflotte, ja. Wir müssen jetzt alle, um alles hier einen großen Bogen machen. Und wenn da einer verdroschen wird, dann wird der jetzt verdroschen. Sorry, Doktor, müssen wir mal gehen, ne? Genau. Und dieser BC, den wir da sehen, der ist auch so nur zynisch. Der kennt nur dieses, nur diese eine, der sagt auch, genießt euren Aufenthalt. Tschüss, macht er so. Und das fand ich eigentlich ganz gut, weil das ist so triefend, dass mir das schon wieder gut gefällt. In einigen Tagen fühlt ihr euch hier wie zu Hause. Ihr kommt schon noch an und wir treffen uns bestimmt noch mal wieder. Was man dann auch tut noch in dieser Folge. Auf der Define versucht man, was zu unternehmen und die zu finden, habe ich hier stehen. Passiert sonst noch irgendwas Wichtiges? Man findet heraus, dass man nur wenige Male noch auch das nachmachen kann, diesen Transporterunfall. Für fünf oder sechs Mal reichen diese hoch aufgeladenen Chronytonenpartikel in der Hülle aus, um selbst mal runter zu beamen. Ja, aber wo willst du hinbeamen, wenn es Jahrhunderte sein können und du hast nur fünf Anläufe? Ja, das wissen wir gar nicht. Wir müssen irgendwie was herausfinden, dass wir das einengen können. Das ist jetzt die nächste Aufgabe. Aber wenigstens sagt man schon, naja, wer wird sich dafür freiwillig melden? Natürlich die, die sich immer freiwillig melden. Wir sind ja die Helden von Star Trek Deep Space Nine. Nein, wir sind ja doof genug. Wir machen das. Wir machen das. Wir beamen uns da in diese unwirtliche Gegend der Erde. Ja, Cisco und Bashir, die sind in so einem Kellereingang irgendwie gecrashed dann, haben da gepennt. Und der Cisco hat Frühstück organisiert. Ja, der kommt mit so einem Becher, mit so einem Teller Rührei kommt der an und so einem Toast. Ja, und sagt das so, ich war gerade an der Essensausgabe und ist auch fürchterlich da. Das ist, was ich jetzt hier organisieren konnte für uns. Übrigens Besteck und Servietten sind vergriffen. Und ja, man überlegt, was macht man als nächstes? Naja, wir sollten uns mal einen Überblick verschaffen. Lassen Sie doch mal eins dieser Häuser gehen. Und dann gehen wir mal oben aufs Dach und gucken mal, wie groß das hier überhaupt alles ist. Also, dass wir so ein bisschen wissen, wie das hier überhaupt aufgebaut ist. Und das machen die jetzt, gehen wieder ein bisschen spazieren. Und jetzt treffen sie wieder diese Typen vor diesem Haus, die ihn in den Zugang verwehrt haben. Und jetzt sieht man das erstmal, Simon. Das ist ja wie die Spaceballs-Stuntdoubles vom Bashir und vom Cisco. Du siehst schon, bevor der Plan gleich sich materialisiert, der da kommen wird. Du siehst schon, ach so, die sollen die Klamotten von denen kriegen, weil das ist, ne. Der eine sieht halt aus wie so ein schrankiger, ähnlicher Cisco-Typ. Und der andere ist so Bashir in so ein bisschen Frettchen-mäßiger. Aber im Prinzip schon, ja. Frettchen-mäßig trifft es. Aber das sind die beiden, ja. So wie ihre Spiegelbilder im Grunde. Ja. Ich sage jetzt nicht nochmal Wisch. Ja. Aber du sagst, es läuft halt auf diesen Deal heraus, ne. Ja. Ja, wir können euch hier schon reinlassen, aber was habt ihr denn hier zu bieten? Und ja, jetzt müssen wir mal diese Uniform loswerden, ne. Und tatsächlich ist es dann so, Cisco und Bashir haben jetzt die Klamotten von den beiden Typen an und sehen jetzt auch ein bisschen so aus, als wenn sie dazugehören würden. Und die haben jetzt diese schönen Pyjamas, ja. Und haben die jetzt bestimmt auch angezogen und stehen da jetzt so davor. Ja, aber Simon, warum ist das für die beiden Türsteher ein geiler Deal? Dass die jetzt aussehen wie die letzten Convention-Clowns. Weil die Pyjamas neu sind und es ist ein Starfleet-Uniform und die halten wahrscheinlich schön warm oder kalt, weil das ist ja alles so, ne, ist wahrscheinlich super, der Stoff. Und vielleicht deswegen, weiß ich nicht. Oder vielleicht wollen sie sich verticken dann irgendwo oder so. Vielleicht ist doch das die Idee. Aber was denken wohl die anderen Leute von denen jetzt? Unsere beiden Türsteher sind durchgedreht. Guck dir die mal an, was die auf einmal angezogen haben sich heute Morgen. Komm, die packen wir jetzt mal und tragen die rüber in das Lager von den Dimms. Ja, vielleicht. Könnte passieren. Vielleicht ist das ja auch der Plan. Ja, okay. Wie netter bei den Dimms so, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es dann mehr Essen. Ja, gut. Also ich habe den Deal, die Sinnhaftigkeit des Deals hat mich so ein bisschen belastet. Ja, das sind neue Sachen halt. So habe ich mir das erklärt. Die anderen sind ja so schon ein bisschen Lumpen, die die da tragen. Aber das andere, was ich mich gefragt habe, ist, wir haben in den letzten Jahren schon eigentlich, muss man sagen, seit wir angefangen haben mit Deep Space Nine gesagt, da ist böses Blut zwischen Cisco und Boucher. Und gerade aber hat er von ihm Rührei und Toast gebracht bekommen. Und er hat gesagt, komm, ich lasse den jetzt mal länger schlafen. Der ist so fällig. Ich stelle mich jetzt da an und hole da den was zu essen. Und das finde ich, das ist eine berührende Geste irgendwie. Und ich habe das Gefühl, diese schlimme Situation, in der die beiden jetzt stecken, das schweißt die beiden zusammen. Und das minimiert so ein bisschen dieser Beef, der da ist. Ich fand, wir hatten schon in anderen Folgen, da bin ich mal kurz darauf zu sprechen gekommen, ich weiß nicht mehr, welcher das war, wo die beiden schon miteinander gescherzt haben, wo der Cisco so ein bisschen Respekt vor dem Doktor gewonnen hat. Ja, also wie der sich auch kümmert. Und ich glaube, Cisco war jetzt bereit dazu, mit einer Geste auch zu sagen, bist du ja eigentlich doch einen ganz guten. Und jetzt lassen wir mal hier, vergessen wir das mal. Diese Geschichte, die vielleicht durch diese seltsame Jaxia-Situation zustande kam, man weiß es nicht so genau. Aber ja, neuer Respekt, den der Cisco hat vor seinem Arzt. Müssen wir mal gucken, ob das so weitergeht oder ob es wieder eine Rückentwicklung gibt hinterher. Bin ich auch gespannt. Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung, ehrlich gesagt. Weil die beiden sind ein seltenes Pairing. Aber in dieser Folge sind sie komplett pimpernellig unterwegs. Einmal 90 Minuten lang. Ich freue mich schon auf Our Man Bashir. Aber das dauert noch sehr lange. Ja, oh ja. Jetzt sind sie in diesem Haus, in diesem Hausflur und stolpern über so einen Typen, der sich um einen anderen Typen kümmert, der auf dem Boden liegt und verletzt ist. Offenbar handelt es sich um den Sohn. Das ist der Webb und sein Sohn Danny. Und er denkt erst, bleib hier, komm, geh weg, lass, du bist ein Ghost. Er hält die beiden für Ghosts, die jetzt seinen Sohn endgültig umbringen oder ihm seine Essenskarte abnehmen wollen oder sowas. Und dann schaffen die beiden das aber, ihm doch zu überreden, dass der Bashir vielleicht Ahnung hat von medizinischen Belangen. und er kann dann mal gucken, wie es ihm so geht, untersucht ihn und sagt, Schweine hat keine gebrochenen Rippen, ist alles einigermaßen in Ordnung. Und damit haben sie nicht nur einen Freund gemacht jetzt, so eine Art Freund in diesem Web, so eine Art Verbündeten. Wir haben auch noch mal gezeigt bekommen, Simon, ganz subtil, ist auch wieder show, don't tell, dass nicht nur so die sehr sozial Schwachen im Schutzdistrikt gelandet sind, sondern auch jemand wie der Webb. Denn ich glaube, auch wenn die Folge das nicht so ausdrücklich sagt, handelt es sich bei ihm eher um so einen Mittelklasse-Typen. Vielleicht auch um so einen Meister im 21. Jahrhundert. Ja, so ein Meister, das trifft es. Also er wirkt nicht wie jemand, der quasi, na ja, wie soll ich sagen, wie so ein Obdachloser wirkt er halt nicht. Ja, ja. Ja, sondern er wirkt wie jemand, der eigentlich letzte Woche noch Buchhalter war. Ja. Aber der halt irgendwie da reingeraten ist und da jetzt auch nicht mehr rauskommt. Oder Lehrer vielleicht. Hat so was Lehrerhaftes. Ja. Aber das macht doch die Bandbreite auf der Leute, die da drin sind, ne? Ja, ja. Da sind alle möglichen Leute. Und vor allen Dingen, wenn du einmal da reingerätst, dann sitzt du ja da fest. Weil wenn du nicht einen Job kriegst, kommst du da nicht raus. Und dass man da nicht einfach so einen Job kriegt, haben wir schon erfahren. Vorhin von dieser Betreuerin sozusagen, die sie da getroffen haben. Interessant ist auch, dass Cisco den Arzt erst abhalten will, weil Cisco natürlich in diesem Modus ist, wir können hier nicht eingreifen, aber Cisco lässt ihn dann doch gucken. Aber jetzt haben sie schon so einen Freund gewonnen und der möchte ihn, den Bescher auch gleich überzeugen, sich nützlich zu machen. Ey, wir brauchen Ärzte hier. Ja, also das ist auch so ein sozialer Typ, der will das verbessern, wie es den Leuten da geht. Und der sagt, wir brauchen hier Ärzte, wir haben zu wenig Ärzte. Und naja, da versuchen Bescher und Cisco jetzt erstmal so ein bisschen auf Abstand zu gehen. Ja, also wir können hier nicht, nee, wir können hier nicht, wir wollen hier einfach nur raus. Und er sagt dann auch nochmal, hier kommt man nicht raus. Wir müssen, und jetzt geht es schon los, wir müssen uns organisieren. Wir müssen hier einen Aufstand proben. Wir müssen den Leuten da draußen sagen, was hier für Zustände herrschen, weil die wissen das glaube ich gar nicht. Und der will was verändern. Der will wirklich was verändern. Das ist ein Mover und Shaker. Aber jetzt begegnet er hier einem Cisco, der in einem Zwiespalt steckt, wo er sich aber doch klar entscheidet. Und das sagt die Folge nicht. Stattdessen zeigt sie es uns. Das ist wie der Show, don't tell. Der Cisco würde ja helfen, weil es seine Natur ist, da zu helfen. Ja, guck mal, der ist ja, bei der Alixus ist er freiwillig in die Kiste da, in die Scheißkiste reingeklettert und hat da über Nacht, um da ein Zeichen zu setzen, um da was zu bewegen auf dem Planeten. Und hier macht er es nicht. Nicht, weil es nicht seinem Naturell entsprechen würde, sondern weil es seine Pflicht ist, sich nicht in die Abläufe der normalen Zeitlinie einzumischen. Er muss sich da raushalten. Es ist ein Dilemma. Er steckt in einem Dilemma, aber seine Befürchtungen sind ja nicht von der Hand zu weisen. Es kann ja was schief gehen, wenn er da hilft, mit vermeintlich guter Absicht, irgendwie dieser Schmetterlingseffekt eintritt und dann, ja, dann ist die Föderation vielleicht nicht mehr da. Aber ich greife vorweg. Wir sind jetzt auf diesem aufgeblasenen Empfang, diesem Büroparty, wo Dax und der Chris jetzt sind und so ein paar andere Typen und da wird sich jetzt beim Cocktail schön aufgeblasen unterhalten. Dax hat eine hochinteressante Frisur mit einer Feder. Aber die finde ich gut, die Frisur. Finde ich besser als ihre normale Frisur. Finde ich irgendwie cool. Gefällt mir. Wie geht dir es? Ich finde, Dax sieht umwerfend aus in dieser Szene und bin da deiner Meinung. Ja, gefällt mir auch die Frisur. Und dann stehen da so diese Po-Panze. Ein Mann und eine Frau und die hauen ja so kleine World-Building-Vokabeln raus, wo man echt staunt. Simon, habe ich echt. Das war geil. Jeder Satz hat mich elektrisiert. Die Neo-Trotzkis, Sebastian. Großartig, die Neo-Trotzkis. Wir erfahren von Studentenprozessen, ähm, Protesten, Verzeihung. Und wir erfahren, dass es in Europa richtig kracht, Europa fällt auseinander. Und hier geht es uns doch richtig gut. Hier muss man sich nicht kümmern. Ja, 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 ja. Wir hören auch nicht nur von den Neo-Trotzkisten und von den Studentenprotesten. Wir hören auch noch von dem pan-karibischen Donnergurgler, nein. Die pan-karibische Regierung. Stark. Und wir hören von den Goalisten, Simon. Und das ist interessant. Wann, Simon, wann war der Goal Präsident? Da muss ich jetzt googeln. Ja, das kann ich dir sagen. Unter anderem im Jahr 1968. Ja. Wann waren europaweit die gesamten Studentenproteste, unter anderem auch in Frankreich? 1968. Das Schicksalsjahr. Du meinst die 68er-Proteste. Ja, klar. Ja. Und ich glaube, es wird hier so eine Art verkorkstes. Also 1968 ist ja auch gerade in der, ja, also in der Rückschau ist das so ein Schicksalsjahr. Prager Frühling. Moskau hat da richtig draufgehauen, als da die Freiheit aufgeheimte. Dann die ganzen Proteste weltweit. Dann wurde Robert F. Kennedy erschossen. Dann wurde Martin Luther King erschossen. Also das war so ein richtiges Scheißjahr. Und ich glaube, dass man diese Vokabeln, diese zwei an 1968 erinnernden Vokabeln hier bewusst innerhalb einiger Quatschvokabeln droppt, um aber doch für Leute, die Geschichte so aufgesogen haben, so diese Reminiszenz an 1968 zu erzeugen, was natürlich im Jahr 1995 noch besser funktioniert hat als jetzt, weil man da noch näher dran war. Ja, das mag sein. Ja, wir sind 1995, sind wir näher an 1968 dran. Ja, als jetzt. Als wir an 1995. Ja, ja, genau. Ja, also das zeigt auch, nochmal bringt so eine kalte Dusche an erdlichem Realismus hier in Star Trek rein. Jadzia erzählt so ein bisschen, ja, ich wurde gestern überfallen und ich habe meine Kollegen da verloren. Die sind weg und der Chris hat mich gerettet und ich habe meine ID nicht gehabt. Und dann erfährt sie, ja gut, wenn sie jetzt gefunden wäre von irgendwem, zum Beispiel von Dick Miller, dann hätte Dick Miller sie mitgenommen und dann hätte sie genau diese Behandlung bekommen wie Cisco und Bashir. Wenn du dich nicht ausweisen kannst, bist du ein Niemand, dann bist du ein Obdachloser, dann kommst du in die Schutzzone. Und jetzt zählt natürlich Decks eins und eins zusammen, während die feinen oberen 10.000 nochmal sagen, ach, das machen die immer noch. Ach, guck mal, das weiß ich gar nicht mehr, dass das immer noch hier so. Es ist ihnen egal einfach. Es ist ihnen egal. Es ist ihnen egal. Das schnallen die noch nicht. Ich meine, der eine, der weiß das und die Frau ist so, ach, guck mal, wie amüsant, dass sich das immer noch ereignet. Ja, also, boah, ist diese Gesellschaft kaputt. Ja. Jadzia ist auch empört darüber, aber das kommt überhaupt nicht an, diese Kritik. Und dann denkt sie, na gut, kannst du mir helfen? Dann denkt sie natürlich, ich muss Cisco und Bashir finden. Kannst rausfinden, in was für einer Schutzzone die sind. Und der Chris sagt, oder ob sie überhaupt da drin sind. Oder ob sie, ja, könnte etwas dauern, sagt er. Das ist nicht so leicht, aber ich habe noch ein paar Gefallen bei Leuten frei. Und vielleicht kriege ich das dadurch hin. Ja, also diese Schutzzone, das ist auch so ein Thema. Das ist schwieriger, für den Typen da irgendwie Infos zu kriegen. Weißt du, es ist einfacher irgendwie in der Gesellschaft herauszufinden, wo jemand ist, als jemand in diesen Schutzzonen. Da will auch niemand so wirklich drüber reden. Das wird ja auch noch nicht mal ins Internet gestellt. The Sanctuary District Records are not posted on the net. Richtig. Das sagt der Chris. Ja, kein Wunder. Soll ja auch keiner so richtig wissen von den oberen Zehnten oder auch sonst von den Leuten, die Zugang zum Net haben, dass es das gibt. Das ist ja auch noch mal, das muss man sich erst mal merken. Das ist auch so eine kleine Pflanze für Teil 2. Das Net. Das Net. Wo manche drauf Zugriff haben und andere nicht. Wir kehren jetzt zurück in die Zone. Da wollte man sich zum Abendessen anstellen, aber das wird nichts. Ja, also wenn wir uns jetzt hier anstellen, dann bekommen wir zum Frühstück unser Abendessen. Und Cisco sagt, naja gut, können wir auch nichts machen. Ich gucke mal hier, wie lange das noch dauert. Geht so weg. Und dann kommt wieder dieser Schläger-Trupp von eben an. Ja, mit dem BJ. Die Ghosts sind wieder da und wollen jetzt den Begier ausrauben. Die sagen, ah, da bist du ja wieder, gib mir mal deine Foodcard, sagen sie. Also diese Karte, mit der man Essen kommt, bekommt. Ich glaube, die haben die ganze Zeit da schon gestanden und haben gewartet, bis der große, starke Spencer weggeht. Und versuchen, von dem Hemd Begier sich jetzt das da zu holen. Naja. Aber der kommt natürlich zurück. Es kommt zu einem Handgemenge. Und dann kommt jemand, der dem Spencer sehr ähnlich sieht, aber auch so ähnlich sich verhält, wie der sich verhalten würde, wenn der sich nicht anders verhalten müsste, weil ja die temporale Direktive gilt. Nämlich, er setzt sich jetzt Rechtschaffen ein in eine Gefahrensituation, wo er es nicht tun müsste. Richtig, um dem Begier zu helfen. Ja, und klar, er mischt sich ein. Das Problem ist aber, da entsteht dann natürlich eine Schlägerei. Aber wie das halt so ist on the streets, Sebastian, ja, ein kleiner Streit führt zu einem Ich nicke so wissend, ich weiß das nicht, aber ja. Ein kleiner Streit führt zu einem großen Streit, ja. Shit is going to get down. Und das passiert auch hier. Der Gabriel Bell wird abgestochen. Ja, zu dem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, dass er das ist. Er ist einfach nur der, ja, der nette Typ, der angelaufen kommt, der abgestochen wird. Aber ja, der wird abgestochen. Und anscheinend nehmen die beiden jetzt, bei dem Versuch, ihn wiederzubeleben, seine Foodcard mit. Denn sie wissen ja, oder seinen Ausweis. Irgendwas nehmen sie mit, dass sie hinterher lesen können, wer das ist. Nachdem sie von der Polizei erst mal verjagt wurden. Denn jetzt kommen natürlich die Suchscheinwerfer und es geht richtig los. Cisco und Bescher bleibt nichts anderes übrig, als zu fliehen. Weil aktuell sieht es natürlich so aus, als wären sie die beiden, die den Typen umgebracht haben. Und deswegen müssen sie fliehen, rennen dann weg und schauen sich eben diesen Ausweis an und stellen fest, ah, scheiße, das ist Gabriel Bell. Denn es ist natürlich, so, jetzt kommen wir wieder auf dieses Wort konstruiert, Sebastian. Ja, hier ist das schon mal ein Zufall auch, ne? Also erstmal passiert dieser unfassbare Unfall, dass sie da landen in San Francisco, wohlgemerkt. Dann kommen sie in San Francisco, in das richtige Ghetto, am selben Tag oder in derselben Zeit, wo dieser Gabriel Bell ebenfalls da drin ist und dann wird der Gabriel Bell umgebracht und Cisco und Bescher sind direkt involviert. Ja. Kann auch ein Sechser im Lotto gewinnen. Aber da gibt's ja, da gibt's eine Erklärung für. Da kommen wir am Ende der heutigen Folge zu, was die Erklärung dafür ist. Sehr gut. Ich finde, da gibt es eine Erklärung für. Gut. Es ist keine zwingend logische, aber es ist eine sehr gute Erklärung, wie ich finde. Da freu ich mich schon drauf. Lass uns mal ganz kurz sprechen über John Lendale Bennett. Das hier ist nämlich der Gabriel Bell Schauspieler gewesen und der ist schon zum zweiten Mal in Staffel 3 auf der falschen Seite eines Messers gestanden. Simon, wer war er zuletzt? Ja, der unvergessliche, unglückselige Kozak in der Folge The House of Quark. Das ist die Folge, wo Quark die Grilker kennenlernt und mal so ein Haus erbt, quasi versehentlich. Und der Kozak hat was dagegen und dann hat man sich so gedacht, ach komm, wir müssen mal wieder jemanden abstechen, ruf doch mal den John an. Der hat das beim letzten Mal so gut gemacht. Ja. Ich kann hier den Gabriel Bell spielen. Der ist überzeugend gefallen. Jetzt zählt aber der Sisko 1 und 1 zusammen. Der denkt sich, ich wollte mich bisher nicht einmischen, um alles zu verhindern. Und jetzt ist der gestorben, der die Geiseln, bei dieser Geiselnahme, die der am nächsten Anfang gerettet hat. Und was passiert denn jetzt? Was ist denn jetzt mit der Zukunft, mit der Zeit? Wie hat man damit umzugehen? Die Auswirkungen davon sehen wir auf der Defiant. Kira und O'Brien haben sich schon umgezogen. Kira hat wieder ihre Außen-Missions-Klamotte an da, dieses Netzhemd irgendwie. Die Eckeleule, Simon. Die Makameeule. Eckeleule, ne? Und ja, man will gerade aufbrechen, aber stellt dann irgendwie fest, sag mal, ist ein bisschen ruhig auf dem Äther. Tür geht auch auf, Odo kommt rein und sagt, ich hatte gerade hier jemanden von der Sternenflotte an der Strippe. Auf einmal war der weg. Was ist denn hier los? Und nicht nur der ist weg, sondern das gesamte Erdsatellitensystem ist weg. Alles ist weg. Das Einzige, was der O'Brien empfangen kann, sind so ein paar Funksignale, die kommen so aus Richtung Alpha Centauri und die entsprechen romulanischem Code. Aber von Starfleet ist nix zu hören. Es gibt keine Erdsatelliten. Es scheint alles weg zu sein. Ja, scheiße. Also die Föderation gibt es nicht mehr. Starfleet gibt es nicht mehr. Gibt es noch Menschen? Wird nicht so genau geklärt. Aber offensichtlich hat diese Entwicklung der Menschheit an diesem Punkt einen völlig anderen Verlauf. aufgenommen als den, den wir kennen. Auch das ist natürlich krass. Diese eine Figur erreicht nicht das, was sie erreichen soll. Und deswegen kann sich die Menschheit nicht weiterentwickeln. Er entwickelt sich in eine völlig andere Richtung, die, so sagt uns das hier folge, ja doch die schlechtere ist. Es reicht ja nur, dass die sozialen Verhältnisse oder die kriegerischen Verhältnisse oder so, so sind, dass Zefram Cochran nicht sein Warpschiff bauen konnte. Aus irgendeinem Grund. Damit ist ja, das wissen wir hier noch nicht, dass das der Kickoff ist für alles. Aber damit ist alles abgesagt. Aber mit unserem jetzigen Wissen auch um die zukünftigen Geschichten, die Star Trek erzählen wird, scheint in dieser Kausalkette unmittelbar etwas kaputt gegangen zu sein. Ist eine Sci-Fi-Story und die kann man, muss man jetzt auch so hinnehmen, kann man auch hinnehmen. Ist natürlich auch wieder so, bei Zefram Cochran finde ich es fast noch ein bisschen glaubwürdiger, dass es niemand anderen gibt, der das entwickeln kann, weil es geht ja hier um so eine One-in-a-Million-technische Entwicklung. Dass da, dass der so wirklich so wichtig war, der Gabriel Bell. Na gut. Ja, komme ich gleich zu. Gut. Ist alles ein Themenkomplex für mich. Aber da muss ich auf den Moment warten, um das zu erzählen. Und jetzt ist Cisco natürlich a man on a mission. Er sagt sich jetzt, ja, alles klar. Ich weiß, was ich tun muss, aber ich verrate es noch nicht, weil das spare ich mir für den Cliffhanger auf, dass ich das dem Publikum verrate. Stattdessen läuft er jetzt erst mal zu dem Web hin, dem er vorhin noch die Abfuhr erteilt hat, widerwillig und sagt jetzt, so, wir machen mit. Wir sind am Start für dich. Oh, echt? Ja. Ja, wir machen mit. Er muss jetzt das machen, was der Bell halt nicht gemacht hat. Oder nicht mehr machen kann vielmehr. Er muss jetzt eingreifen. Und da freut sich der, natürlich, der Kollege und sagt, super geil, dass ihr dabei seid. Wir machen das. Wir machen einen Aufstand. Sagt allen Bescheid. Hier geht es richtig los. Dann schalten wir nochmal kurz rüber zu Dex. Der Chris hat mittlerweile rausgefunden, ja, ich habe deine Freunde gefunden. Die sind in Schutzzone A und keine Sorge, denen geht es gut. Das ist ja eine Schutzzone. Die kriegen da Essen, ist alles super. Und Dex stellt natürlich die Frage, naja, wenn das alles so super ist, warum habt ihr denn da so eine Riesenmauer drum gebaut? Warum kann da keiner rein? Ja, das passt ja irgendwie nicht zusammen. Das ist natürlich, was wir noch nicht gesagt haben, ist, das, was der Web vorhat. Er möchte nämlich irgendwie zur Außenwelt vordringen und der Außenwelt verraten, dass die Leute, die da in diesem Sanctuary District festsitzen, dass die da festsitzen, dass sie keine Verbrecher sind, dass sie keine Ungewollten sind, dass sie nicht irgendwie Relikte sind, sagt er es, oder so abgeranzte, kaputte sind, sondern dass es einfach nur Leute sind. Und das müssen die Leute da draußen jetzt einfach mal erfahren. Wir brauchen eine Stimme. Es geht darum, eine Stimme zu haben. Das ist auch das andere, was Gabriel Bell ja gemacht hat eigentlich. Er hat dafür gesorgt, dass die Leute gehört werden und die Leute auf die Kanapé-essenden Leute auf der Party von dem Chris Brynner vielleicht doch was mitbekommen davon und nicht zu sagen, ach, weil irgendwie eine Bessalsache ist. Das ist ja auch hier so eine Situation. Also, Gehör. Gehör will er haben. Na ja, und Sisko und Bashir sind jetzt auf der Straße und wiegeln diesen Aufstand an. Die sagen, ey, ihr da, ihr da, hier geht es richtig los. Wir machen alle mit. Morgen große Kundgebung, was weiß ich alles. Und die versuchen da, jeden zu mobilisieren. Werden dann aber von dem Danny angehauen. Das ist der Sohn nochmal von dem Web. Der kommt jetzt angelaufen und sagt, ich muss mitkommen. Da ist richtig die Kacke am Dampfen. Nämlich in dem Büro, wo ihr neulich gewartet habt und die Formulare ausgefüllt habt. Da ist, und ich finde auch meinen Vater gerade nicht, ihr müsst mitkommen. Und der nächsten Einstellung sehen wir auch schon Pandemonium. Molotow-Cocktails fliegen. Leute liegen verletzt umher. Und der Kollege von dem Win, der wird auch gerade, Bernardo heißt er, glaube ich, der wird gerade übelst verkloppt. Und der Sisko versucht das aufzuhalten und schnappt sich so eine Shotgun. Ja, weil Waffen sind jetzt auch da drin. Und jetzt kann er mal einen auf Hawk machen. Jetzt sind nämlich diese Shotgun und er ballert auf so eine Mülltonne. Und die fliegt dann so weg. Und ich habe mir gedacht, gut, ich hätte ja vielleicht eher in die Luft gezielt, aber das kann der schon, der Sisko. Ja, ja, ja. Es ist ein geiler Move einfach. Ja, schon. Das ist ein Badass-Move, den er da jetzt macht. Und sagt, so, jetzt komm hier mit, nimm den mit, pack den und wir gehen mal rein da, wo nicht so viele Molotow-Cocktails rumfliegen. Und rein ist eben das Büro, was wir neulich schon gesehen haben. Und drin sind mehrere Leute, die wir auch schon kennen, die jetzt vom Schicksal fast schon zusammengeführt wurden. Unter anderem ist die Betreuerin da, aber auch der BJ. Der BJ ist aber eben auch der BC. Ja, der ist nämlich, ja, der Anführer dieser Geiselnahme. Jetzt passiert sie nämlich, diese Geiselnahme, in der eigentlich Gabriel Bell verwickelt war. Auch hier natürlich ein, ne, läuft wie am Schnürchen, aber du erklärst mir das alles sicherlich gleich. Also, dass jetzt der Sisko da ist. Ja. Und, ah, sagt der BC, ne, wen haben wir denn da? Ah, der New Boy, New Boy, ne, New Boy. Sehr gut, wie du ihn nachmachst. Was, 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 was machst du denn hier? Ich mache, sagt er, eine politische, ein politisches Statement, ja. Das kann er seiner Oma erzählen. Der ist nämlich nur auf Remi Demi aus. Der ist auf Remi Demi. Ja, aber wahrscheinlich ist er auch, hinter dieser Fassade, ist wahrscheinlich auch Verzweiflung und so, ne. Also. Ja, klar. Also, der macht das ja auch nicht einfach nur, weil er Spaß dran hat, sondern der ist ja auch, der ist ja auch durchgeknallt, aufgrund der Umstände da, ne. Ja. Ja, jetzt kann er das Sisko sich mal vorstellen, endlich, ne. Jetzt macht er so einen richtigen One-Liner. Jetzt kommt so ein richtiges Action-Film-Ding. Er will nämlich nicht mehr Newboy genannt werden. Jetzt wehrt er sich dagegen, indem er sagt, der Name ist Bell. Gabriel Bell. Und schwupps ist unser lieber Spencer hier in die Rolle des Märtyrers, des Volkshelden, desjenigen geschlüpft, der halt alles verändern wird durch sein Handeln. Trotzdem folgt. Ja, Sebastian, dieser Rollentausch, der ist ja nur fair, ne, zwischen Sisko und Gabriel Bell. Ja, wir haben den John Lendale Bennett vorhin gerade schon erwähnt. Der ist nicht nur der Kozak gewesen neulich, er ist auch normalerweise Stunt-Double und Stand-In von Avery Brooks. Das heißt, der ersetzt den ständig, wenn irgendwas ist. Ja, und jetzt ersetzt halt mal der Avery Brooks den John Lendale Bennett. Recht und billig. Ja, Sebastian, jetzt bin ich gespannt, am Ende dieser Besprechung von Teil 1. Du hast es ja schon ein bisschen angeteast. Du wartest auf den Moment, hast du gesagt. Ist er denn jetzt gekommen, der Moment? Ja. Dann erklär doch einfach mal, wie kann das denn alles funktionieren? Zeit, oder ich sag's mal auf Englisch, weil das Zitat hab ich gerade nicht auf Deutsch parat. Ich versuch's dann zu übersetzen. Time consists of streams and eddies. Das führt dazu, dass man oft an dieselben Gestade gespült wird. Wer hat das gesagt? Spock hat das gesagt. Der berühmte Vulkanier Spock hat das gesagt. Wo hat er es gesagt? In der Episode The City on the Edge of Forever. Eine Folge, wo irgendwas Schlimmes in der Vergangenheit passiert und sich die wenigen Zurückgebliebenen von den Heldinnen und Helden in so einer Art Blase befinden, dass sie mitbekommen können, dass sich alles verändert hat. Und sie müssen sich jetzt irgendwie da reinstürzen und versuchen zu ändern, was zu ändern gilt. Was ist denn da passiert? Naja, es ist in der Vergangenheit, in so einer urbanen Situation ist man gelandet. Und da war man an einem relativ, erstmal oberflächlich relativ normal wirkenden Situation. Aber es war ein Scheideweg des Schicksals. Es hat sich was ganz Großes entschieden. Und hier sehen wir ein Spiegelbild von dem, was in The City on the Edge of Forever passiert ist. Da ist Edith Keeler am Leben geblieben wegen der Einmischung. Und man musste auf jeden Fall sich dann nicht einmischen. Und zwar Jim Kirk musste sich nicht einmischen und so ihren Tod herbeiführen, um die Geschichte wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Hier ist das Gegenteil passiert. Der Truck ist über Edith Keeler drüber gefahren, nämlich über Gabriel Bell. Aber eigentlich hätte was anderes passieren sollen. Der Truck hätte nicht drüber fahren dürfen. Und deswegen ist jetzt hier die Devise, es ist ein Spiegelbild von der Folge. Es ist genau umgeräht. Jetzt muss er das tun, was Jim Kirk nicht tun musste. Nämlich seinen Mut zurückhalten und nicht retten, sondern jetzt muss er in diese Situation rein. Und naja, genauso wie dem Jim Kirk da diese teuflische Falle gebaut wurde von der Zeit, vom Schicksal oder sowas. Sowas ähnliches ist jetzt auch hier dem Cisco passiert. Schön, schön, schöne Erklärung. Und ich kann das nicht mit Logik oder mit Lottogewinn oder mit Wahrscheinlichkeiten erklären. Für mich ist das eine ganz gezielte Hommage an The City on the Edge of Forever. Auch, dass die voneinander getrennt sind. Zwei zusammen und der dritte Geistert irgendwo andersrum. Das geht darum, dass man wieder zueinander finden muss. Klar, es passiert alles ein bisschen anders. Aber auch die Edith Keeler ist ja jemand, die ist in einem sozialen Brennpunkt. Die kümmert sich um die Hoffnungslosen, um die Obdachlosen, um die Wohnungslosen und steckt in der Depression drin, ziemlich genau 100 Jahre vor dem, was wir jetzt sehen. Und das eine ist ein Echo von dem anderen einfach, Simon. Und deswegen ist die Geschichte so, wie sie ist. Nur, wo City on the Edge of Forever eher so poetisch ist und eine Liebesgeschichte und romantisch und auf 50 Minuten auch so ein bisschen reduziert, hat man sich hier gesagt, wir machen das episch und wir machen das mit viel Worldbuilding. Statt dieser Romanze haben wir hier so einen ganz starken, politischen, brisanten Kommentar da drin. So einen sehr brandaktuellen Kommentar auch drin, der wirklich was über unsere Jetzt-Zeit auch sagt. Aber im Grunde ist es ein Spiegelbild davon. Schön. Und das ist das, so erkläre ich mir, dass das jetzt alles so kommen muss. Das sind die gleichen Mechanismen. Die Zeit besteht aus Strömen und was hast du gesagt? Eddies, Strudeln. Currents and Eddies, ja. Ja, Strömen, Strudeln und so. Das ist ja die Hoffnung, die Erklärung von Spock dafür, dass sie wahrscheinlich an derselben Stelle landen werden wie McCoy, den sie ja suchen. Obwohl sie gar nicht wissen, wie und wo und wann sie den suchen sollen. Sagt er einfach, ich gehe davon aus, dass die Zeit und oder das Schicksal so funktionieren. Eine sehr unspockhafte Aussage auch eigentlich. Ja, so, das ist meine Fan-Theorie zu Past Tense. Das ist aber eine super schöne Theorie, ja. Und die ergibt ja auch total viel Sinn. Also habe ich noch nie so gesehen als quasi, ja, Spiegelbild auf. Twinner, genau, als Twinner. Aber das ist total charmant, also dieser Vergleich, den du da gezogen hast. Ja, also unter den Voraussetzungen muss es ja so passieren. Sonst funktioniert es ja gar nicht. Das ist vorbestimmt. Das ist ja auch, guck mal, wenn ich sowas sage, dann ist das ja für mich auch kein Vorwurf an die Folge. Die wollen natürlich eine schöne Geschichte erzählen. Und dazu musst du ja den Cisco zum Bell bringen. Ich fand bei, wenn wir jetzt schon mal diesen Vergleich aufmachen, ich weiß sogar nicht, ob der jetzt hier in das Fazit gehört oder eher dann in die, wenn wir dann so ein bisschen das Gesamtfazit ziehen, wenn wir die zweite Folge auch gesprochen haben, ich fand City on the Edge of Forever wirkte nicht gar so, jetzt nehme ich schon wieder dieses Wort konstruiert in den Mund, weil das hat immer so einen negativen Touch. Aber hier ist schon so, okay, die kommen da unten hin, Cisco erwähnt, das ist übrigens die Zeit von Gabriel Bell und jetzt sind wir hier und da ist der Gabriel Bell, jetzt ist der Tod, scheiße, jetzt müssen wir irgendwie Gabriel Bell sein. Und bei Edith Keeler fand ich es irgendwie so ein bisschen auf so einer menschlichen Ebene, da wirkte das alles so zufälliger. Ja, also da wirkte das so, ach Edith Keeler, achso und dann, ach, dann ist er verliebt und dann ist es für ihn so dieses Kirksche, oh my God, ja, dieses Drama, dass er da so mit sich kämpfen musste. Und das fand ich so ein bisschen klassischer vielleicht auch noch, um so das Wort mal zu verwenden. Und das hier ist so moderner, politischer, wie du sagst und vielleicht wirkt es dadurch für mich so ein bisschen, ja so, genau, es ist ein Statement, klar, es wirkt auch wie ein Statement. Und das ist nicht unbedingt was Schlechtes, ich finde aber City eleganter, um es mal so zu formulieren. Ich finde City eleganter und das ist so, ja gut, als Hommage, als Riff, als Spiegelbild gepuzzelter, dass es halt funktioniert. Das ist vielleicht so ein bisschen, was ich so jetzt nicht unbedingt schlecht finde, aber was wir in City schon eleganter gesehen haben. Es ist sicherlich einfacher, eine Liebesgeschichte mit schicksalshaften Zufällen unter einen Hut zu bringen, als politisch ausgeklügeltes Worldbuilding mit Zufällen unter einen Hut zu bringen. Ist das, was du sagen möchtest? Das will ich, glaube ich, sagen, es ist halt auch nerdiger, was wir hier sehen, ne, das sind wieder diese Nerds im Writer-Room, so ein Aira Bear, der ruft aus dieser Folge raus, wie die da sitzen und sich einen gefeixt haben im Writer's Room, als sie das Ding zusammengebaut haben, so, ne. Und das ist ja auch, das ist ja auch cool, also es ist ja cool, das zu sehen, ne. Organischer finde ich das andere vielleicht. Das heißt, wenn nicht, dass ich das hier nicht mag. Und vielleicht können wir jetzt mal sagen, was halten wir von der ersten Folge, Sebastian? Ich würde das Wort wieder an dich übergeben. Ich erzähle mal was über mein erstes Angucken. Die Folge habe ich gekauft auf VHS, als die ganz neu war, weil ich wusste, das sind Zweiteiler und DS9-Zweiteiler, ja, immer gut. Und der kam raus so schnell nach der US-Erst-Ausstrahlung, dass noch nicht mal der Dierch in seiner Trackworld irgendetwas davon hat erzählen können. Das heißt, ich habe die Kaltke gesehen, die Folge. Und ich habe die Hälfte nicht verstanden, weil die so einen Slang auf einmal sprechen, das war für mein sehr rudimentäres Star Trek-Englisch. Das, da habe ich verstanden, Star Trek-Englisch. Weil Star Trek-Englisch ist ein sehr sauberes, sehr gut betontes Englisch. Und da bin ich komplett mitgekommen, aber hier erzählen die Lee und der BC und allen voran auch hier der, sag schon, Dick Miller, die erzählen Sachen. Da bin ich nicht drüber gekommen. Das heißt, es war einige Jahre, zu Anfang meiner Star Trek-Karriere, eine Folge, wo ich so gedacht habe, ja, verstehe ich gar nicht so richtig. Ich musste so 18, 19, 20 werden, bis ich mal merkte, was sind denn die Feinheiten in der Folge? Ich habe die grobe Story natürlich schon verstanden, ich bin ja nicht komplett bematscht, aber bis sich die Feinheiten mir… Bis kein Dimmen willst du sagen. Ja, ja, genau. Nichts gegen Dims. Nee, natürlich nicht, die sind super, ich liebe Dims. Aber bis ich mir die Feinheiten so erschlossen hatte, hat es ein bisschen gedauert. Das ist eine Star Trek-Folge, zu der ich erst richtig gekommen bin, als ich schon über 20 war, obwohl ich sie dann ja schon einige Male gesehen hatte. Und seitdem wächst die irgendwie in mir. Jedes Mal, wenn ich die gucke, freue ich mich da drauf. Und jedes Mal, wenn ich sie gucke, ist sie irgendwie ein bisschen größer als das Mal davor. Und ein bisschen, so dass ich sage, ach, gucke mal, ja, Mensch, Past Tense, Part One. Passt, so ein bisschen der vergessene Zweiteiler. Ob das in Teil 2 alles gehalten wird, weiß ich nicht. Aber hier in Teil 1 gefallen mir halt mitunter jetzt das, was mir dann auch relativ spät aufgefallen ist, diese angelegten Parallelen auf City on the Edge of Forever. Aber mir gefällt sehr, wie komplex das ist, wie viel Mut man hat dazu, eine politisch verfahrene Situation mal darzustellen. Wo ja Star Trek dann doch eine offene Serie ist des gleichnishaften Vereinfachens. All dessen entzieht man sich hier. Und deswegen ist das für mich auch schon in Teil 1 hier eine sehr besondere Veranstaltung, für die ich den Daumen nach oben gebe. Also was ich erstmal toll finde, ist, dass wir so eine Folge haben mit diesem Event-Charakter. Ich habe es vorne schon gesagt, man hat sich mal ins Zeug geworfen. Man hat halt versucht, diese Situation, dieses San Francisco da im Jahr 2024, im Star Trek Jahr 2024, möglichst cool darzustellen. Man hat sich richtig viel Mühe gegeben, dass das auch irgendwie echt wirkt. Und was du gesagt hast, also dass sie wirklich diese politischen Themen anpacken, dass sie ein Stück weit den Realismus in Star Trek verankern dadurch. Also dass wirklich auch dieser Wendepunkt ist in Deep Space Nine, wo wir mal echt so politisch werden, dass wir auch da richtig gut zu connecten können. Dass man hier über Probleme spricht, die auch wirklich da sind, die auch heute da sind. Dass man hier auch nicht den Fehler macht und sagt, wir lösen das sofort, sondern es geht erstmal darum, dass Leute das bewusst ist, dass das ein Problem ist. Und dass man dann gemeinsam versucht, Lösungen zu finden aus dieser verfahrenen Situation heraus. Und das finde ich ist so angenehm. Das ist nicht mehr so simpel geschrieben, so simpel gedacht. Weil Star Trek ist im Kern, es gibt Ausnahmen, eine relativ einfache Geschichte. Und hier macht man sie komplexer. Und das finde ich gut. Ja, man übertreibt es auch manchmal in anderen Folgen. Das kommt alles noch. Aber hier finde ich das echt gut. Und es wirkt total frisch. Was mich nicht hundertprozentig begeistert bei der Folge, ist eben dieses, teilweise auch durch die Darsteller. Und ich liebe Dick Miller. Aber Dick Miller, der sagt halt Sachen so, um diese Welt zu establishen. Ja, es wirkt nicht immer echt und nicht immer organisch. Und das ist aber auch schwer, das zu machen. Und vor allen Dingen ist es schwer, das zu machen mit einem TV-Budget. Wo du halt wirklich auch wenig Zeit hast, das irgendwie aufzubauen und vernünftig zu machen und so weiter. Und deswegen will ich das der Folge gar nicht vorwerfen. Wie gesagt, ein bisschen organischer, ein bisschen weniger, einem Skript folgend. Ja, wäre vielleicht für mich noch so dieses i-Tüpfelchen gewesen bei dieser Episode hier. Aber trotzdem geht der Daumen ohne Frage nach oben. Das ist tolles Fernsehen gewesen, was wir hier gesehen haben. Und es wächst auch über das typische Star Trek hinaus. Ja, das ist größer. Da ist mehr drin. Und damit meine ich nicht nur die politische Dimension. Damit meine ich auch, wenn wir über ein Motion Picture sprechen. Ja, das ist mehr als einfach nur die Enterprise fliegt von A nach B. Und da ist irgendein Bösewicht oder irgendein Volk, dem es nicht gut geht. Und da ist einfach mehr drin an der Aussage. Und das mag ich sehr an dieser Folge. Deswegen geht der Daumen nach oben. Weißt du, wer die Folge auch gut fand, Simon? Nee, sag's mir. Dennis McCarthy. Simons Liebling Dennis McCarthy. Na ja, das stimmt überhaupt nicht, dass das mein Liebling ist. Ich weiß, ich weiß. Und das, obwohl sie eine der Episoden mit der wenigsten Musik ist. Nur sieben Minuten. Er sagt darüber, er genießt, dass diese Folge so viel Stille einfach. Musikalische Stille hat. Stimmt. Und man einfach die Welt mal hört. Ja. Finde ich auch interessant, die Aussage. Sehr gut. Sehr uneitel von ihm, ja. Sehr uneitel. Ja, da war Geschmack, der Mann. Ja. Ja, ihr Lieben. Das war unsere Bespreche vom ersten Teil von Past Tense. Mal gucken, ob die Folge das alles hält, was sie uns hier verspricht. Im ersten Teil, wir sind ja beide sehr angetan davon. Ja, schauen wir mal, ob sie es schafft, sich vielleicht sogar ein Award einzuhalten beim nächsten Mal. Wir werden es sehen. Sie hat auf jeden Fall das Potenzial hier gezeigt. Jetzt muss sie es nur noch, Sebastian hasst Fußballvergleiche, aber der Elfmeter muss eigentlich nur noch verwandelt werden. Verzeih mir bitte, dass ich den jetzt hier bringe an der Stelle. Nächsten Dienstag gibt es auf jeden Fall Teil 2 von dieser Geschichte hier. Das ist das letzte Mal, dass wir, ja, das ist das letzte Mal von dieser Deep Space Nine-Kette, jetzt auch ohne nochmal von einem Kinofilm unterbrochen zu werden. Denn in der Woche danach geht Voyager los, kann ich jetzt schon mal sagen. Also die nächsten beiden Wochen sind Past Tense partout und dann der Voyager-Pilot-Film. Aber jetzt, Simon, was ist am Freitag los? Am Freitag gibt es drüben auf rückschultaste.de oder in den entsprechenden RSS-Feeds, die ihr natürlich längst abonniert habt, eine neue alte Rückschultaste. Hört rein. Ich weiß gar nicht, was das Thema ist. Willst du es verraten? Thema verrate ich noch nicht, aber guckt mal rein. Es gibt einen Co-Moderator, einen neuen Co-Moderator für diese Folge. Oh. Einen Jemand, der noch nie an meiner Seite moderiert hat in irgendeinem Podcast. Und der mit mir, abgesehen von zwei Einschüben, möchte ich sagen, fast vier Stunden, wie das so ist, wie so eine Rückschultaste halt ist, dann da zugebracht hat. Und mit diesen Einschüben geht das Ding deutlich auf die Sechs-Stunden-Marke zu. Also ihr könnt eine Rückschultaste von Star Trek Generations ausmaßen hören gegen Ende der Woche. Crazy Shit. Crazy Shit. Ich werde reinhören, ihr hoffentlich auch. Ansonsten nächsten Dienstag, ansonsten Trek am Dienstag, die ihr slash unterstützen. Dort findet ihr Möglichkeiten, uns zu unterstützen, falls es ihr schon längst macht. Damit sichert ihr den Zukunft dieses Podcast, Nino, dieses Podcast, auch der Rückschultaste und der Zauberlaterne und allen anderen Dingern, die wir so machen. Also tut uns da was Gutes. Gebt euch einen Ruck. Ja, und wir hören uns demnächst wieder. Sebastian, es war sehr schön, mit dir über Past-Tense zu sprechen. Bleibt geschmeidig. Tschüss. 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 Weil es heißt, erinnere dich doch mal an die 111. Gewerbsregel, meint der Quark. Ah ja, man soll Leute in seiner Familie behandeln. Nee, man soll Leute, denen man etwas schunde. Man soll Leute, denen man… Ich schaffe das noch. Er erinnere dich an die 111. Gewerbsregel, in dem wir sagen. Schön, dass du auch Gewerbsregel sagst. Das für dich ist das Allergeilste an dem Versprecher und das hast du jetzt zum dritten Mal. Ich hatte neulich auch so einen Moment, der hörte nicht auf. Ich bin bei dir, Sebastian. Ich bin bei dir. Let's try it. Ja, also der Nagus erinnert… Nein, nicht der Nagus. Eine Galaktisch-Ausort-2023-Produktion.